In Europa wird vieles zweimal erfunden. Zum ersten Mal in Griechenland, in Athen, und zum zweiten Mal im Europa der frühen Neuzeit. Zum Beispiel die Demokratie, das Theater und auch die Philosophie. Schon die heilige Dreifaltigkeit der griechischen Philosophen Sokrates, Platon, Aristoteles widerlegt das Klischeebild vom Philosophen als weisem alten Mann. Sokrates war ein Witzbold und Straßenredner. Er hatte eine Technik entwickelt, seinen Gesprächspartner durch logische Zauberkunststücke dermaßen zu verunsichern, dass dieser dann jede Erklärung schluckte, die ihm angeboten wurde. Das illustriert den Beginn aller Philosophie, die große Verunsicherung. Jemand bemerkt, was so für Wahrheit gehalten wird, ist Nonsens, nichts als ein Haufen Vorurteile, gespeist aus den Wünschen der Menschen und ermöglicht durch die Begrenzung ihrer Optik. Deshalb ist es nicht zufällig, dass beide Male das Theater und die Philosophie zur gleichen Zeit entstehen. Auch für den Philosophen ist die Welt ein Theater. Aber für ihn ist das Schauspiel auf der Bühne eine Illusion, die nur die naiven Zuschauer für Realität halten. Er aber interessiert sich für die Hinterbühne, den Ort, von dem aus die Inszenierung gesteuert wird. Kurzum, ein Philosoph schaut der Realität unter die Röcke. Er sucht die nackte Wahrheit. Sein Ziel ist die Aufklärung. Deshalb entstand, wie das Theater, auch die Philosophie aus der Religion. Vorher im gesamten Mittelalter war sie nur eine Wasserträgerin der Theologie. Das heißt, das Ergebnis stand immer schon fest. Das hörte auf, als nach der Kirchenspaltung die Religion in den Glaubenskriegen ihren Kredit verspielte. Der Gründungsvater der neuzeitlichen Philosophie, der Franzose René Descartes, zieht als Soldat durch das Deutschland des Dreißigjährigen Krieges, 1618 bis 1648. Sein Zeitgenosse Thomas Hobbes erlebt den englischen Bürgerkrieg 1642 bis 1649 und geht als Mathematiklehrer von Prinz Charles, dem Sohn Charles I., ins Exil. Es muss für sie eine ungeheure Erleichterung bedeutet haben, als sie ihre Gedanken von den sinnlosen Glaubensstreitigkeiten und dem Gemetzel des Krieges ab und den ewigen Wahrheiten der Mathematik und der Logik zuwenden können. Die Betrachtung der ersten Prinzipien der Philosophie muss sie getröstet haben und von den Offenbarungen der Geometrie muss ein ungeheurer Glanz ausgegangen sein. Auf diese ewigen Wahrheiten konnten sie ihr Weltvertrauen und ihr Wahrheitskonzept besser gründen, als auf die Religion, die statt zu Wahrheiten zu Massakern führte. René Descartes, 1596 bis 1650 Auf seinen Feldzügen im Dreißigjährigen Krieg kam Descartes auch nach Ulm und in die Gegend um Ulm herum. Dort war es kalt und er kroch in einen Ofen, so berichtet er selbst. In dem Ofen schlief er ein und hatte drei Träume. Als er wieder herauskam, hatte er ein neues Ideal der Philosophie gefunden, die Mathematik. Die Aussagen der Philosophie sollten so grundlegend und logisch so unerbittlich sein wie die der Mathematik. Um für diese Grundlegung Platz zu schaffen, zweifelte er erst einmal an allem. Und schon hatte er das Fundament aller Fundamente, den Sockel der neuzeitlichen Philosophie und den Felsen gefunden, auf den sie ihre neue Kirche gründen konnte. Es war der Schluss, wenn ich an allem zweifle, kann ich doch nicht daran zweifeln, dass ich zweifle. Das bot Sicherheit. Das neue Urprinzip war das Ich oder das Subjekt. Jede Negation muss mit sich eine Ausnahme machen. Die Demokratie kann nicht über sich selbst abstimmen lassen. Der Magen darf sich nicht selbst verdauen. Der Vielfraß darf sich nicht selber fressen. Der Richter kann sich nicht selbst verurteilen. Kurzum, das Ich kann sich nicht selber wegdenken. Und so sprach Descartes den berühmtesten Satz der Philosophiegeschichte. Je pense, donc je suis. Descartes sprach französisch. Aber es gibt eine berlinerische Variante über den Ursprung dieses Satzes in Versen. Ich sitze drin und esse Klops. Auf immer Klops. Ich denke, staune, wundere mir. Auf immer ist so oft die Tür. Ich gehe raus und kieke. Und wer steht draußen? Icke. Die bekannteste Version dieses Satzes ist lateinisch. Und dann heißt der Satz Cogito ergo sum. Auf Deutsch Ich denke, also bin ich. Das war revolutionär. Bisher waren die Philosophen mit ihren Überlegungen immer von der Welt der Objekte ausgegangen. Descartes aber verlegt den Start seines philosophischen Hindernislaufs ins Bewusstsein. Von da aus stürzt er sich auf die materielle Welt, steckt sie in Brand und brennt mit dem Feuer der Gedanken alles hinweg, was nicht unbedingt denknotwendig ist. Bis er schließlich nur noch das in Händen hält, was sich mathematisch messen lässt. Erst, Ausgedehntheit, Gestalt, Bewegung und Zahl. Den Rest, Geschmack, Geruch, Wärme und Farbe erklärt er zu subjektiven Würzstoffen, die erst das menschliche Bewusstsein der materiellen Suppe hinzufügt. Damit verbreitet er die Vorstellung von einer geschmacklosen, farblosen und lautlosen Welt, die nur den Gesetzen der Mechanik gehorcht. Diese Welt ist entzaubert und der Herrschaft der Kausalität, des Ursache-Wirkung-Prinzips und der Mathematik unterworfen. Von da an geht ein Riss durch den ehemals ganzheitlichen Kosmos. Im reflexiven Bruch mit der Welt der Objekte kommt sich das Subjekt als Würzkoch der Realität auf die Schliche und kann sich von da an als Geist von der Materie unterscheiden. Ab jetzt stehen sich Subjekt und Objekt gegenüber. Und die Welt der Objekte lässt die Hose herunter, um sich vom Subjekt der Wissenschaft untersuchen zu lassen. Subjektivierung des Ich und Objektivierung in der Wissenschaft gehören zusammen. Das nannte man dann Dualismus, von lateinisch Duo, zwei. Und weil Descartes der Verstandestätigkeit ihre Eigenständigkeit gegenüber der Welt beließ, wurde er zum Gründungsvater des Rationalismus, der Betonung der Vernunft. Thomas Hobbes, 1588 bis 1679 Im Vergleich zu dem moderaten, gemäßigten Dualisten Descartes ist sein englischer Zeitgenosse Thomas Hobbes ein finsterer Radikalinski. Er wischt den ganzen Nonsens mit dem Sonderstatus des Geistes beiseite und unterwirft auch ihn dem Gesetz der Kausalität. Unsere Vorstellungen sind nur verschiedene Kombinationen von Sinneseindrücken und unsere Gedanken verketten sich kausal nach dem Gesetz der Assoziation. Selbst der Wille ist nicht frei, sondern nur das Resultat des Fingerhakens zwischen Furcht und Gier. Auch Gut und Böse sind relativ. Gut nennen wir den Gegenstand unserer Neigung, Böse, den unserer Abneigung. Der Mensch ist eine Maschine. Der lückenlose Kausalzusammenhang lässt keinen Platz für die Eingriffe Gottes. Die Erhaltung des Menschen durch Gott wird deshalb abgelöst von einem neuen Prinzip, das Hobbes entdeckt, der Selbsterhaltung. Diese ist nicht mehr göttlich, sondern teuflisch. Und auf diesen infernalischen Grundtrieb gründet Hobbes seine Staatstheorie. Diese Staatstheorie entfaltet er in einem Buch, das heute noch die Gemüter erregt. Der Leviathan. Hobbes begreift den Menschen als unruhiges, gehetztes Tier. Weil er fähig ist, in die Zukunft zu schauen, hat er ständig Angst davor, dass ihm die Vorräte ausgehen oder dass ein anderer sie ihm wegnehmen könnte. Deshalb will er Macht. Macht und nochmals Macht. Das macht ihn zu einem einsamen und unsozialen Wesen. Entsprechend deprimierend ist der Urzustand des Menschen vor seiner Vergesellschaftung, den Hobbes sich so ausmalt. Es herrscht der Krieg à la gegen alle. Das Leben ist einsam, arm, hässlich, brutal und kurz. Aus dieser Beschreibung stammt eine berühmte Formel, die heute immer noch zitiert wird. Homo homini lupus. Der Mensch, Homo, ist dem Menschen, homini, ein Wolf. Lupus. Und nun kommt die Konsequenz. Aus Furcht vor dem gewaltsamen Tod schließen die Menschen einen Vertrag untereinander, den sogenannten Gesellschaftsvertrag, auf Englisch social contract, auf Französisch contrat social. In ihm übertragen sie ihr Recht, Gewalt auszuüben, auf einen Einzelnen unter ihnen, den Herrscher. Auf diese Weise wird die gesamte Gesellschaft zu einem Individuum, dem Staat. Der Staat ist der Leviathan. Der Name bezeichnet ein Seeungeheuer im Buche Hiob, der sterbliche Gott, dem wir nächst dem unsterblichen Gott Frieden und Schutz verdanken. Dieser Gott, der Staat, ist absolut. Er steht über den Parteien und der Moral. Das klingt nach den historischen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts absurd. Aber nach den Erfahrungen des englischen Bürgerkriegs war es das nicht. Wer im Konfliktfall die ganze Moral für sich beansprucht, lässt dem Gegner nur die Unmoral. Das verschärft den Konflikt bis zum Krieg. Konsequenz? Die Religion wird vom Staat getrennt, das Gewissen wird zur Privatsache und der Staat erzwingt den Frieden. Mit diesem Werk erregte Hobbes die Wut aller Parteien. Der Materialismus erbitterte die Theologen, die Begründung des Absolutismus brachte ihm die Feindschaft des englischen Parlaments ein, die Privatisierung der Moral ärgerte die Puritaner und die Lehre vom Gesellschaftsvertrag kostete ihn das Wohlwollen der Königstreuen im Exil. Und Hobbes' Lehre polarisiert bis heute die Gemüter. Die einen finden es unmoralisch, die Friedensstiftung des Staates ohne den Bezug auf Grundwerte rein technisch zu begründen. Die anderen berufen sich auf ihn, wenn sie auf die Gefährlichkeit von Leuten verweisen wollen, die die Moral für sich gepachtet zu haben glauben. Sie schrecken vor nichts zurück. Hobbes hat herausgefunden, dass nichts gefährlicher sein kann als die Moral. Bei John Locke hält sich das Menschenbild wieder auf. Locke's Vater ist ein aufrechter Parteigänger des Parlaments und er selbst wird Leibarzt des ersten Führers der Whig-Partei des Earl of Shaftsbury und erziehe von dessen Enkel, der später selbst ein bedeutender Philosoph wird. Locke hat zwei Schriften geschrieben, die zu den einflussreichsten Werken gehören, die überhaupt je verfasst wurden. Das erste heißt »An Essay Concerning Human Understanding« »Versuch über den menschlichen Verstand«. Darin gibt er Hobbes' Recht, dass es keine angeborenen Ideen gibt, sondern dass vielmehr alle unsere Vorstellungen aus Sinneswahrnehmungen stammen und dass jeder Mensch ein unbeschriebenes Blatt »Tabula Rasa« ist, das erst von der Erfahrung beschrieben wird. Und, ergibt Descartes Recht, dass nur jene Eigenschaften der Realität wirklich sind, die man mathematisch messen kann und alle anderen, die er sekundäre Qualitäten nennt, nur aus Kombinationen dieser primären Qualitäten entstehen. Entscheidend ist für Locke die primäre Qualität der Bewegung. Locke's Freund Isaac Newton hatte die gleichförmige Bewegung mit der Entdeckung der Gravitation, also der Schwerkraft, zum neuen Ideal der Naturordnung erhoben, so wie später Einstein die Lichtgeschwindigkeit. Locke verlegt die Gravitation in den Menschen und entdeckt dort die gleichförmige Abfolge der Ideen im Geist. Aber die Prozession der Ideen muss von einer Instanz aus beobachtet werden, die selbst dauert, wenn sie überhaupt als Einheit wahrgenommen werden soll. Dieser innere Beobachtungszusammenhang von Dauer und Wechsel macht für Locke das Subjekt aus. Der Stoff, aus dem die Subjekte sind, ist die Zeit. Und die Form, in der sie sich organisieren, ist die Reflexion. Damit wird die alte Differenz zwischen Dauernder Ewigkeit und wechselhaftem Diesseits ins Subjekt verlegt. Die Reflexion läuft mit der Abfolge der Zeit parallel und schafft durch den Selbstkontakt des Subjekts Dauer im Wechsel. Hobbes' Unruhe der menschlichen Leidenschaften wird bei Locke zur Unruhe des Denkens sublimiert, d.h. verfeinert, die durch Reflexion zur Einheit gebracht und zur Basis des Selbstgefühls des Subjekts gemacht wird. Diese Schrift wurde ein Meilenstein der Erkenntnistheorie, Philosophie der Erkenntnis und zum Kultbuch der französischen Aufklärung. Sie lieferte die Plattform, auf der die weitere Philosophie bis zu Kant ihre Probleme formulierte, und sie beschleunigte die Subjektivierung, die Innenschau der Literatur im Roman und übte einen großen Einfluß auf Literaten, Künstler und Psychologen aus. Womöglich noch wichtiger war Locke's politische Schrift »Two Treatises on Government« »Zwei Abhandlungen über die Regierung« und darin vor allem der zweite Traktat. Auch hier geht Locke wieder von Hobbes' Hypothese eines vorgesellschaftlichen Naturzustandes aus, der aber nicht durch den Krieg aller gegen alle, sondern durch die Gleichheit und Freiheit aller Individuen gekennzeichnet ist. Wie bei Hobbes schließen sie einen Vertrag, delegieren oder übertragen aber ihre Rechte nicht an einen absoluten Monarchen, sondern an die Gemeinschaft selbst. Sie ist der Souverän und sie delegiert wiederum ihre Rechte an eine Regierung, die nach dem Prinzip der Gewaltenteilung organisiert ist. Legislative im Parlament, Exekutive beim König und seinen Ministern. Zweck der Regierung ist der Schutz des Eigentums und Eigentum ist nicht nur eine ökonomische Ressource, also Hilfsquelle zur Profitmaximierung, sondern zugleich Garant der politischen Unabhängigkeit des Bürgers vom Staat und der Grund für sein staatsbürgerliches Engagement. Freiheit und Eigentum werden zusammengedacht und nicht, wie später im Sozialismus, im Gegensatz zueinander gebracht. Daraus ergab sich die Konsequenz, eine Regierung kann gestürzt werden, wenn sie ohne Zustimmung der Betroffenen über die Freiheit oder das Eigentum der Bürger verfügt. Diese Schrift wurde zur Magna Carta der bürgerlichen Demokratie. Zur Erinnerung, die Magna Carta von 1215 gilt als erste Garantie der Freiheitsrechte. Locke's Traktat rechtfertigt die glorreiche Revolution von 1688, die amerikanische Revolution von 1776 und die französische Revolution von 1789. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung übernimmt fast wörtlich Formulierungen von Locke. Diese wiederum findet Eingang in die Erklärung der Menschenrechte der französischen Revolution. Die Verfassungstheorie wird von Montesquieu und Voltaire nach Frankreich importiert, zwischengelagert und durch die judikale oder richterliche Gewalt erweitert nach Amerika exportiert. Sie wurde zur großen Legitimationsschrift oder Rechtfertigung für die Lehre von der Volkssouveränität und den Menschenrechten und der Gewaltenteilung in einer parlamentarisch kontrollierten Regierung und damit zur Basis der politischen Zivilisation, zu der wir uns bekennen. Der von Hobbes als Schreckbild beschworene Bürgerkrieg wird über die Differenz zwischen Regierung und Opposition zum friedlichen Bürgerkrieg der Meinungen. Damit weist Locke den Königsweg zur zivilen Gesellschaft. Gottfried Wilhelm Leibniz 1646 bis 1716 In der Philosophie zeigen sich nationale Temperamente. Die Engländer haben einen demokratischen Staat und sind Empiriker. Sie begründen alles mit Erfahrung. Die Franzosen haben einen zentralen Verwaltungsstaat und sind Rationalisten wie Descartes. Die Deutschen haben gar keinen Staat und noch weniger Erfahrung. So werden sie auf den Pfad der Spekulationen gedrängt und werden Idealisten. Für sie ist alle Realität geistig. Ein Idealist ist auch ihr erster großer Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz. Er ersetzt das mechanistische Modell der Engländer durch das Modell einer organischen Dynamik. Für ihn ist das entscheidende Naturprinzip nicht die Bewegung, sondern die hinter ihr wirkende Kraft. Und ihn interessiert nicht so sehr wie Locke die Mannigfaltigkeit der Erfahrung, sondern das Prinzip der Einheit des Subjekts. Die Kraftträger stellt er sich entsprechend als eine Art spiritueller Atome vor, die er Monaden nennt. Monaden sind unteilbare, individuelle und in sich geschlossene Seelen ohne Gestalt und Ausdehnung, aber voller Strebung, voller Appetit und innerer Tätigkeit. Sie haben zwar keine Fenster, aber in jeder von ihnen spiegelt sich das gesamte Universum. Sie unterscheiden sich jedoch in der Deutlichkeit, mit der diese Spiegelung erfolgt. Daraus ergibt sich eine Stufenfolge von den Somnambulenmonaden der Dinge über die wahrnehmenden Monaden der Tiere zu den Vernunftmonaden der Menschen. Die Vorstellung dieser Stufenfolge führt Leibniz zur Beschreibung halbbewusster verworrener und abgeschatterter Bereiche der Selbstwahrnehmung, die den Begriff des Unbewussten vorwegnehmen. Wie hängt nun die Mechanik der Körper mit der Dynamik der Seelen zusammen? Was unter dem Blickwinkel der Mechanik wie Kausalität aussieht, stellt sich im Bereich der Monaden als System der Zwecke dar. Der Zusammenhang wird durch eine prästabilisierte Harmonie bewirkt nach der Manier zweier Uhren, deren Pendelschlag wie ein Tanz der Wechselwirkung aussieht, obwohl jede von ihnen ihrer eigenen Dynamik folgt. Nach demselben Prinzip ist alles von Anfang an aufeinander ausgerichtet, was wir als Wirkung begreifen. Wahrnehmung und Wahrgenommenes, Geist und Körper, Empfindung und Bewegung etc. Der Urheber dieser Harmonie ist natürlich die oberste Monade, Gott, der Schöpfer aller Dinge und der Inbegriff der Vernunft. Er hat die Glückseligkeit der Menschen zum Regierungsziel erhoben. Nun steht es damit aber nicht zum Besten, wendet der Advocatus Diaboli ein. Die Menschen sind oft zu unglücklich. Wie kann ein Gott, der das bewirkt, weise, allmächtig und gütig sein? Und Gott entschuldigt sich, wie alle Regierungen und spricht, mehr ist nicht drin. Schließlich muss ich ganz verschiedene Interessengruppen befriedigen und die größtmögliche Ordnung der Konservativen mit der größtmöglichen Mannigfaltigkeit der linken Anarchisten verbinden. Ich muss die einfachsten Wege mit den größtmöglichen Wirkungen verbinden und kann die Zwecke nur mit den Leiden der vielen erreichen. Nach Sichtung aller möglichen Welten hat mein Computer die beste aller möglichen Welten ausgewählt. Take it or leave it. Eine bessere gibt es nicht. So spricht Gott. Dieses Argument nennt man eine Theodizee, eine Rechtfertigung Gottes angesichts der Übel in der Welt. Nach dem Erdbeben von Lissabon im Jahre 1755 quittierte die Welt dieses Argument mit einem hohen Gelächter und Voltaire schreibt einen ganzen Roman mit dem Titel Candid, um es ad absurdum zu führen. Darauf wurde Gott wegen Nicht-Existenz freigesprochen und zugleich exekutiert. Die ganze Sache war ein Schmarrn, aber ein tödlicher Schmarrn. Denn kaum stand Gott als erster Verursacher nicht mehr zur Verfügung, brauchte man einen neuen Sündenbock. Wer macht die Geschichte, wenn es nicht Gott ist? Na, der Mensch selbst. Wer ist also Schuld an dem Mist? Der Mensch. Von da an wurde die Weltgeschichte zum Weltgericht. Im Zeitalter der Revolutionen gab es immer Schuldige, die den Weg zum Glück versperrt hatten. Könige, Priester, Eistokraten, Kapitalisten, Reaktionäre, Schädlinge, Volksfeinde, Rechtsabweichler, Linksabweichler und Verräter der Revolution. Ihnen wurde später der Prozess gemacht, weil Gott nicht mehr da war. Und meistens war der Prozess kurz. Jean-Jacques Rousseau 1712 bis 1778 Von Rechts wegen müsste Rousseau kein Franzose, sondern ein Deutscher sein. Denn seine Naturschwärmerei, seine Feindseligkeit gegen die Gesellschaft und ihre Konventionen und seine Selbstzillisierung als verfolgter Außenseiter sowie seine Anbetung des Gefühls, All das entspricht so ganz der Seelenlage der Deutschen. Aber in Wirklichkeit hat Rousseau die Deutschen erst möglich gemacht. Und so ist er denn auch ein Kompromiss zwischen Franzosen und Deutschen, denn er ist ein Schweizer und stammt aus Genf. Persönlich war Rousseau unleidlich, ein querulant und sozialunfähiger Egozentriker, der sich ständig auf seine Gefühle und seine Authentizität berief, andere der Heuchelei anklagte und sich mit allen verkrachte. Aber selten hat ein Mensch aus solchen Eigenschaften so wirkungsmächtige Schriften herausgeholt. Mit ihnen traf er den Zeitgeist, artikulierte ein neues Lebensgefühl und wurde zum Inspirator der französischen Revolution und der Romantik. Dabei schuf er eine revolutionäre Philosophie, die um einen großen Gegensatz herumgebaut ist. Die Natur ist gut, die Gesellschaft ist schlecht. Natürlich meinte er damit die Gesellschaft des Ancients Régimes vor der Revolution, aber man konnte mit dieser Behauptung in der Folgezeit auch jede andere Gesellschaftskritik begründen. Mit dem großen Grundgegensatz von Natur und Gesellschaft waren weitere Gegensätze verknüpft. Auf die Seite der Natur gehörte alles, was nicht künstlich, sondern echt ist. Das Gefühl, die Spontanität, die Echtheit, die Ehrlichkeit, die Unwillkürlichkeit, das Landleben, die Naturvölker, die Wilden, die Edel sind und das naturbelassene Kind. Höchstes Gut ist die eigene Authentizität und so hat Rousseau sich auch in seinen eigenen Bekenntnissen hemmungslos entblößt. Auf die Seite der bösen Gesellschaft gehören die Konventionen, die Mode, die Verstellung, die Höflichkeit, das Theater, die Maske, die Eleganz, die Liebenswürdigkeit, die Institutionen und alles, womit man um der Schonung des anderen Willen seine eigenen Impulse in Regie nimmt. Von da aus entwickelt Rousseau in seinen Schriften Emil und La Nouvelle Eloise auch ein neues Erziehungskonzept, bei dem die natürliche Entwicklung des Kindes im Mittelpunkt steht. Um für sein Schreiben Ruhe zu haben, steckt er allerdings seine eigenen Kinder ins Waisenhaus. In seiner Gesellschaftstheorie startet er wie Hobbes und Locke mit dem Szenario des Gesellschaftsvertrages. In ihm verzichtet der Einzelne auf seine Rechte zugunsten der Gemeinschaft. Zwar murmelt Rousseau ein paar positive Bemerkungen zur Gewaltenteilung, aber sein höchstes Gut ist die Volkssouveränität, die sich in der Volonté Générale, einer Art objektiven Gesamtinteresse, nicht etwa Mehrheitsmeinung, ausdrückt. In der Revolution dient diese Betonung der Gemeinschaft zur Rechtfertigung des Terrors. Die Wirkung Rousseaus war anhaltend, umfassend und gründlich. Seine ständigen Querelen, die er als Verfolgung einer einsamen Seele und eines aufrechten Rebellen stilisierte, erregten das Mitgefühl Halberopas. Er beeinflusste den Sturm und Drang, die Geschichtsphilosophie Herders, die Ethnologie der Naturvölker, die Pädagogik Pestalozzis, die Nationalökonomie der Physiokraten, die die Landwirtschaft betonten, und die gesamte Literatur der Romantik mit ihrem Kult des Gefühls. Immanuel Kant 1724 bis 1804 Kant ist der Kopernikus der Philosophie. Er drehte die Blickrichtung um, und siehe da, der Verstand hörte auf, sich um die Realität zu drehen, und die Erde der Erfahrungswelt drehte sich um die Sonne des Verstandes. Oder weniger poetisch, Kant schaute nicht mehr auf die Realität und fragte sich dann, wie der Verstand sie richtig abbilden könne. Stattdessen blickte er auf den Verstand und fragte sich dann, wie die Erkenntnis a priori, also vor aller Erfahrung aussehen müsse. Von da aus gelangt er zu einer ganz neuen Staffelung logischer Ebenen. Der Verstand gehört nicht zur Erfahrungswelt, die er dann erkennt. Vielmehr bringt er die Welt erst hervor durch die Art, wie er sie konstruiert. Er ist nicht Teil der Welt, sondern ihr Ursprung. Er ist nicht empirisch, sondern transzendental. Er schreibt der empirischen Welt vor, wie sie zu sein habe. Die Kategorien, mit denen er sie beobachtet, etwa Kausalität, sind nicht Teil der Welt, sondern Bestandteil unserer Erkenntnismatrix. Mit dieser konstruktivistischen Wende beantwortet Kant die Frage, wie der Verstand die Mannigfaltigkeit der Erfahrung zur Einheit bringt. Er findet die Einheit nicht in der Welt, sondern bringt sie mit. Wie die Welt an sich ist, Kant nennt das das Ding an sich, können wir nicht wissen. Aber was wir erkennen, erkennen wir mit Notwendigkeit, und zwar nur über die Einheit stiftende Kraft unseres Verstandes. Mit dem Begriff Transzendental, den er als Gegenbegriff zu empirisch, also erfahrungsbezogen gebraucht, bezeichnet Kant alles, was sich nicht auf die Realität, sondern auf die Bedingungen der Möglichkeit, der Erkenntnis bezieht. Seine Philosophie ist also Transzendentalphilosophie. Sie ist kritisch, weil sie die Erkennbarkeit der Welt an die Bedingungen des Verstandes bindet und dadurch begrenzt. Deshalb nennt Kant seine drei Hauptschriften Kritik der reinen Vernunft, darin geht es um die Bedingungen der Erkenntnis, Kritik der praktischen Vernunft, darin geht es um die Moral, und Kritik der Urteilskraft, darin geht es um Ästhetik und höhere Zwecke. Er beantwortet damit die drei großen Fragen, was kann ich wissen, was soll ich tun, und was kann ich hoffen? Zugleich ist Kants Kritik schon so etwas wie Ideologiekritik des menschlichen Geistes. Wenn ich die Bedingungen der Möglichkeit meiner Erfahrungen nicht kenne, neige ich dazu, sie in die Realität zu projizieren. Weil das Wort Gott so ähnlich klingt wie das Wort Brot und auch grammatikalisch genauso gebraucht wird, denke ich, dass Gott genauso real ist wie Schwarzbrot, obwohl ihm keine sinnliche Erfahrung entspricht. Ganz so sagt es Kant zwar nicht, sondern der Sprachphilosoph Ludwig Wittgenstein, aber so etwas Ähnliches meint er, wenn er sagt, regulative Ideen, das sind Dienstanweisungen zum Gebrauch des Verstandes, dürfen nicht mit konstitutiven Ideen, das sind äußere Verwaltungsakte zwecks Feststellung von Tatsachen verwechselt werden. Sonst halten wir Phantome für real. Und wie später Wittgenstein, versteht Kant seine Kritik als Therapie eines Verstandes, der sich noch nicht als transzendental durchschaut hat und sich deshalb nicht selbst von der Welt, die er konstruiert, unterscheidet. Kants drei Kritiken enthielten die Fragen, an die die Philosophie der nächsten hundert Jahre anknüpfte. Vor allem das Ding an sich, das Unerkennbare, übte den Reiz eines ungelösten Rätsels aus. Kant hat unser Verständnis von Erkenntnis grundlegend verändert. Fast niemand glaubt heute mehr, der Geist bildet die Welt ab. Praktisch alle seriösen Theorien sind konstruktivistisch. Wir konstruieren unsere Realität. Nur das wird erfasst, was in diese Konstruktion passt. So wie wir nur eine bestimmte Bandbreite von Tönen hören können und nicht noch wie ein Hund den Ultraschall dazu. Zugleich konnte man sich abkannt vorstellen, dass die Erkenntnismatrix zwar transzendental war, aber von veränderlichen Faktoren abhing. Diese Faktoren konnten historisch, sozial, geschlechtsspezifisch, milieuspezifisch oder kulturell konditioniert sein. Oder sie konnten sich nach unbewussten Interessen richten. Auf jeden Fall sind sie uns nicht bewusst, weil sie ja vor aller Erkenntnis liegen. Das eröffnete die olympische Disziplin der allgemeinen Verdächtigung. Jeder entdeckte nun beim Anderen die Gründe für seine Boniertheit. Er ist ein Kapitalist. Er kann nicht anders als in Begriffen der Profitmaximierung denken. Er ist ein Wasp, White, Anglo-Saxon, Protestant. Er kann nicht anders als in den rationalen Kategorien der europäischen Kultur denken und denkt sich gar nichts dabei. Auf diese Weise konnte man unschuldig schuldig werden. Man sah die Welt falsch, aber wusste es nicht. Die nächsten zwei Jahrhunderte nach Kant wurde die Zeit des Ideologieverdachts. Bevor sie begann, musste zuvor noch Hegel Kant durch die historische Mangel drehen. Georg Wilhelm Friedrich Hegel 1770 bis 1831 Hegel schleppt Kant zu den Ufern des Jordan und tauft ihn mit den Wassern der Geschichte. Oder anders ausgedrückt, Hegel erzählt die Weltgeschichte als Bildungsroman. Die Parallele zwischen Geschichte und Literatur war zunächst im Roman ausgenutzt worden. So wie Robinson Crusoe die ganze Zivilisationsgeschichte auf seiner Insel noch einmal wiederholt, so durchläuft jeder Mensch die ganze Geschichte der Kultur noch einmal. Dabei macht Hegel Kants kopernikanische Wende zum Prinzip des geschichtlichen Fortschritts. Worin bestand diese Wende? Sagen wir es noch einmal. Der Geist betrachtet zunächst selbstvergessend die Welt und denkt nicht an sich. Das bezeichnen wir als den vorkritischen Standpunkt oder die These. Dann verwandelt Hegel sich in Immanuel Kant und wendet den Blick zurück auf sich selbst, um seine eigene Beteiligung am Ergebnis der Erkenntnis herauszufiltern. Das ist dann der kritische Standpunkt oder die Antithese. Und schließlich mutiert Kant als Stadthalter des Weltgeistes zum Philosophen Hegel selbst und erkennt, dass dieser Gegensatz nur eine vorübergehende Durchgangsstufe der Entwicklung ist, die in Hegel zu höheren Einheit gebracht wird, womit die geschichtsphilosophische Einsicht erlangt ist oder die Synthese. Anders gesagt, zuerst erscheint der Geist als Ding an sich, dann entdeckt sich das Bewusstsein selbst und der Geist erscheint in der Form des Für-Sich und schließlich erscheint der Geist in der geschichtsphilosophischen Synthese des An- und Für-Sich. Ein von Hegel geprägter und noch heute geläufiger Ausdruck. Die Synthese bedeutet, dass beide Seiten des Widerspruchs im dreifachen Sinne aufgehoben sind. Sie sind zugleich negiert, bewahrt und auf eine höhere Ebene gehoben. Mit anderen Worten, sie sind zu Momenten eines neuen Zusammenhangs geworden. Sie wurden relativiert, kontextualisiert, entschärft und dadurch in Erfahrung verwandelt. Die neue Synthese wird dann wieder zum Ausgangspunkt eines neuen Durchlaufs. Es ist so, als ob nach jeder Runde eines Boxkampfs beide Gegner ausscheiden, dafür aber der Schiedsrichter gegen einen neuen Gegner die nächste Runde bestreiten muss. Dieses Prinzip nennt Hegel Dialektik. Er erhebt es zum Entwicklungsgesetz der Weltgeschichte. Die Bewegung verläuft immer vom naiven vorkritischen Bewusstsein zum kritischen Selbstbewusstsein und dann zum absoluten Wissen. Wie sieht das nun aus, wenn es in historischer Form konkret wird? Das naive Bewusstsein zum Beispiel projiziert Inneres für Äußeres haltend seine eigene Zerrissenheit in die Welt und unterscheidet in ihr zwischen Diesseits und Jenseits das mittelalterlich religiöse Bewusstsein. Dann nimmt es als Selbstbewusstsein die historische Gestalt der Aufklärung an, das ist die rationale Antithese zur mittelalterlich religiösen Einstellung. Aber die Synthese ist erst gefunden, wenn sich die Vernunft in der Äußeren Welt selbst die Gesetze gibt und sich realisiert. Das ist in der Sittlichkeit der Fall. Diese Synthese wird zur neuen These, wenn die Sittlichkeit als Wahnsinn des Eigendünkels nur nach dem Gefühl die Welt verbessern will. Dann nimmt der Weltgeist den Namen Rousseau an, setzt sich die Jakobiner Mütze auf und beginnt die Revolution. Wie in einem Bildungsroman steigt der Weltgeist über die Stufen seiner Irrtümer die Treppe zunehmender Einsicht hinauf, bis er bei Hegel selbst den ultimativen Treppenabsatz erreicht hat. Das ist der Zustand der absoluten Selbsttransparenz oder Selbsteinsicht. Hier wird der absolute Geist seine eigene Erinnerung. Die Geschichte der Identität und die Identität der Geschichte fallen in liebender Versöhnung zusammen. Mit diesem Entwurf verklammert Hegel Geschichte und Philosophie in der Form des Romans. Denn auch der Roman macht eine kopernikanische Wende à la Kant durch. So wie das transzendentale Ich nicht mehr Teil der empirischen Welt ist, sondern ihr Ursprung, zieht sich auch der Erzähler aus der Romanwelt zurück, um das Geschehen aus der Perspektive des Helden erzählen zu können. Dieser erweitert über eine Serie von Krisen seinen Horizont zunehmend, bis er am Ende seine eigene Geschichte durchschaut und den Wissensstand des Erzählers erreicht hat. In derselben Weise stellt Hegel seine Erzählperspektive auf den Horizont einer jeden Epoche ein, fasst die Differenz zwischen dem beschränkten Zeitgeist und dem, was ihm entgeht als dialektischen Widerspruch und führt den Weltgeist über eine Serie von dialektischen Krisen zur Einsicht in seine eigene Geschichte, bis dieser schließlich mit dem allwissenden Hegel gleichzieht. Damit machte Hegel die Menschen zu Romanfiguren. Sie hatten nun eine Rolle in der Weltgeschichte und konnten sich als Geburtshelfer des Geistes bewähren. Wehe aber dem, der sich dem Gang der Geschichte entgegenstellte, der wurde gnadenlos zermalmt. Mit Hegel zieht also ein neues Szenario ins Denken Europas ein und wird gleich zum alles beherrschenden Realitätsmodell, die Geschichte. Von diesem Zeitpunkt an wurde um die Interpretation der Geschichte gekämpft. Wer die Deutungshoheit erobert hatte, hatte gewonnen. Denn damit hatte er das Recht erworben, die Macht zu übernehmen, um die Geschichte in seinem Sinne voranzutreiben. Die Deutungen mit Exklusivanspruch wurden Ideologien genannt. Mit Hegel beginnt das Zeitalter der Ideologien, die historisch begründet werden. Hegels Philosophie breitete sich besonders in Deutschland und Russland aus, wo die Intellektuellen kaum praktische Erfahrungen mit der Politik hatten sammeln können. Da sie die Wirklichkeit mit einem Roman verwechselten, wurden sie zu Don Quixotes. Das ist der Grund, warum verglichen mit westlichen Ländern in Deutschland im 19. Jahrhundert kaum große Romane hervorgebracht wurden. Man hatte ja den Roman der Geschichte. Der größte Romancier war Hegel und sein eifrigster Leser war Karl Marx. Karl Marx 1818 bis 1883 Hegel hat eine Menge Söhne, die ihn teils beerben und teils beerdigen. Karl Marx tut beides. Er übernimmt das ganze Modell mitsamt der Dialektik als Motor der Geschichte stellt es aber, wie er sagt, vom Kopf auf die Füße. Für ihn ist die Realität nicht geistig, sondern materiell. Entscheidend für eine Kultur ist die Form, in der eine Gesellschaft für ihr eigenes materielles Überleben sorgt, also ihre Wirtschaftsverfassung. Im landwirtschaftlich geprägten Feudalismus herrscht der Adel, im industriell geprägten Kapitalismus die Bourgeoisie. Und der dialektische Widerspruch ist nicht der zwischen Bewusstsein und Selbstbewusstsein, sondern der zwischen Produktionsbedingungen und der ungleichen Verfügungsmacht über die Produktionsmittel, zwischen Arbeit und Besitzverhältnissen. Dieser Widerspruch führt zur Aufteilung der Menschen in Klassen. Und so ist der Motor der Geschichte der Klassenkampf. Und dann wird Marx doch wieder hegelianisch. Es gibt den Widerspruch zwischen dem bloßen Bewusstsein und dem Selbstbewusstsein einer Klasse. Dieses Selbstbewusstsein nennt Marx das Klassenbewusstsein. Es ist der Uterus, in dem der Wille zur Revolution heranreift. Unter diesen Prämissen ist für Marx der faszinierendste Vorgang der Geschichte das Drama der Französischen Revolution. Aus den Widersprüchen der Feudalgesellschaft geboren, wird sie zum Modell für das, was man erwarten darf, wenn die Widersprüche des Kapitalismus die Klassengegensätze auf die Spitze getrieben haben. Das ist dann der Fall, wenn den verarmten Massen von Proletariern wenige Kapitalisten gegenüberstehen, die sich die ganze Verfügungsmacht an den Produktionsmitteln durch Ausbeutung der Arbeiter unter den Nagel gerissen haben. Um Ausbeutung handelt es sich deshalb, weil die Kapitalisten den Arbeitern nicht den Gegenwert ihrer Arbeitsleistung, sondern nur ein Existenzminimum zahlen und den sogenannten Mehrwert als ihren Profit kassieren. Sie schaffen das umso leichter, als sie vernebelnde Ideologien verbreiten, wie die von den objektiven Gesetzen des Marktes und weil das Geld den Sinn für Werte verwirrt. So wirkt der Preis einer Ware wie ihr objektiver Wert. In Wirklichkeit aber ist er nur ein Feigenblatt für ungerechte Besitzverhältnisse. Die erste Aufgabe des Marxisten besteht deshalb, in der Zerstörung des ideologischen Scheins. Ideologien erkenne man daran, dass die Kapitalisten ihr Klasseninteresse als Interesse der Gesamtgesellschaft verkauften. Damit wird alle bürgerliche Kultur verdächtig. Und so wird der Marxismus zur hohen Schule der Demaskierung. Die Symbolsysteme der Zivilisation werden entslarvt. Das hat ganze Generationen von Detektiven hervorgebracht, die Gott und die Welt demaskiert und die Überführung von getarmten Unterdrückern zu ihrer Hauptbeschäftigung gemacht haben. Der universelle Ideologie Verdacht verpasste dem Marxismus ein Immunsystem, weil es jeden Gegner zum Anwendungsfall der Theorie machte. Wer dagegen ist, ist ein Klassenfeind oder ideologisch verblendet. Arthur Schopenhauer 1788 bis 1860 Um Hegel zu beerdigen, hat sich Schopenhauer Hilfe geholt. Seine Helfer sind Thomas Hobbes und Buddha. Aber sein Ausgangspunkt ist Kants Feststellung, dass die Welt nur in Übereinstimmung mit unseren Kategorien erkennbar und das Ding an sich selbst unerkennbar sei. Richtig, sagt Schopenhauer und verwandelt sich für einen Moment in Descartes. Die Welt ist uns nur in Form unserer illusionären Vorstellung gegeben, mit einer Ausnahme, das eigene Ich. Das ist uns auch als Ding an sich gegeben. Ich kenne es von außen und von innen. Und was ist das Wesen des Ich? Der Wille zum Leben. Das Ich als Subjekt ist Wille, das Ich als Objekt seiner eigenen Betrachtung ist Vorstellung. Als Schopenhauer so weit gekommen war, nannte er sein Hauptwerk die Welt als Wille und Vorstellung. Denn was für das Ich gilt, gilt auch für die ganze Realität. Hinter ihrer Außenseite als Vorstellung ist sie Wille. Die Materie, der Körper sind Objektivierungen des Willens. Dieser Wille ist eine Variante von Hobbes Selbsterhaltungstrieb. Er ist blind, grundlos und unersättlich. Er offenbart sich in unterschiedlichsten Formen, vom Magnetismus über organische Stoffwechselprozesse bis zum Bewusstsein. Hier riecht man den strengen Geruch Hegels. Und er hat nur sich selbst zum Ziel. Daraus zieht Schopenhauer eine äußerst trübsinnige Folgerung. Da Wille Begierde ist und Begierde unersättlich, gleicht das Leben einem Kinderhemd. Es ist kurz und beschissen. Hier verwandelt sich Schopenhauer in Hobbes und landet in dessen schwarzer Anthropologie oder Auffassung vom Menschen. Das Leben ist ein Leidensweg der Unlust, eine Via Dolorosa. Man hat nur die Wahl zwischen Angst und Sorge. Darin nimmt Schopenhauer Heidegger vorweg. Zwei Wege führen aus diesem Jammertal heraus. Der erste verläuft über die interesselose Betrachtung der Kunst. Hier übernimmt Schopenhauer Kants Idee, dass die Kunst die Begierde ruhig stelle. In der Kunst wird zudem der Schleier der Illusion beiseite gezogen und der Wille enthüllt sich als überindividuelles Prinzip hinter den Einzeldingen. Diese Einsicht gewinnen wir am deutlichsten im Rausch der Musik. Dies ist eine Idee, die vor allem Wagner und Nietzsche und schließlich auch Hitler beeinflusst hat. Der zweite Weg zur Erlösung führt über die Verneinung und Abtötung des Willens. Da der Wille das Wesen der Realität ist, liegt das Ziel der Erlösung im Nirwana. Hier landet Schopenhauers Philosophie im Buddhismus. Damit dreht Schopenhauer Hegels Geschichtsoptimismus um. Statt die sich steigernden Formen des Bewusstseins sieht er hinter den Erscheinungsformen nur den bewusstlosen Lebenstrieb. Statt vom Heroismus im Dienst der Geschichte erzählt er vom sinnlosen Leiden. Statt immer Neues sieht er immer das Gleiche. Statt Geschichte sieht er Leben und statt Geburtshilfe bei der Geschichte empfiehlt er sie zu beenden. Zwei antihegelianische Schulen Es ist so, als habe Schopenhauer die neuen Glaubenskriege vorhergesehen, die der Geschichtsoptimismus Hegels in der Form des Marxismus ausgelöst hat. Denn oft hört sich Schopenhauer wie Hobbes an, der auf die realen Glaubenskriege seiner Zeit reagiert hat. Mit seiner Entscheidung, das Leben selbst zum Urprinzip der Realität zu erklären, hat Schopenhauer zwei spätere philosophische Schulen inspiriert. Erstens den Vitalismus und die sogenannte Lebensphilosophie. Wichtigster Vertreter war der Franzose Henri Bergson. Aber am einflussreichsten wurde diese Richtung in Deutschland. Zu ihren Grundzügen gehört, dass sie den Fluss des Lebens gegen die Trennschärfe des Gedankens ausspielt, den Irrationalismus gegen die Vernunft, den Rausch gegen die Nüchternheit und den Bauch gegen den Kopf. Die zweite von Schopenhauer inspirierte philosophische Schule ist die Existenzphilosophie. Gegen die Unterordnung des Einzelmenschen unter den Sinnen des hegelischen Geschichtsromans betont sie die Unreduzierbarkeit der schieren Existenz in Sorge, Angst und Unsicherheit. Diese Seite des Daseins kehrt gegen Hegel schon der dänische Philosoph Sören Kierkegaard heraus, indem er über die Risiken menschlicher Entscheidungen nachgrübelt. Die Marxisten haben die Existenzphilosophie und die Lebensphilosophie wegen ihrer unhegelschen Geschichtsfeindlichkeit als bürgerliche Ideologie bekämpft. Und tatsächlich zeigt sich an ihnen, dass das Bürgertum sich nichts mehr von der Geschichte versprach. Friedrich Nietzsche Nietzsche ist zweifellos der größte Schocker unter den Philosophen. Er ist ein Antiphilosoph, der aus der Rolle fällt. So verzichtete er darauf, seine Gedanken systematisch zu entfalten und goss sie stattdessen in die poetischen Formen des Aphorismus, der seerischen Prophetie, des Bekenntnisses oder gar des lyrischen Gedichts. Und dann scheute er nicht davor zurück, seinen Abschied von der Normalphilosophie durch Widersprüchlichkeiten und Paradoxien zum Ausdruck zu bringen, so dass man ihn für entgegengesetzte Positionen in Anspruch nehmen kann. Sein zentrales Paradox lässt sich vielleicht wieder am besten mit Blick auf Hegels Geschichtskonzept anhand des Begriffs des Zeitgeistes erläutern. Wenn man mit Hilfe von Hegel weiß, was der eigene Zeitgeist ist, kann man auch gegen ihn Stellung nehmen. Dann steigt man aus der Geschichte aus. Da aber nach dem Ende des Christentums Geschichte das umfassendste Sinnschema darstellt, steigt man auch aus dem Sinn aus. Erst wenn der Mensch auf die Tröstungen einer äußeren Sinngebung verzichtet, gewinnt er seine wahrhaft aristokratische Statur. Bis jetzt war er in den Fängen einer durch das Christentum in die Welt gebrachten Sklavenmoral. Aber nach dem Tode Gottes wird der Mensch selbst zum Gott, also zum Übermenschen. Dann gewinnt er wieder die vorchristliche Heiterkeit der Griechen, die in der Tragödie das Paradoxon nachvollzogen, an dem Nietzsche den Übermenschen erkennt. In Freiheit zu bejahen, was notwendig geschehen muss, einschließlich Leid und Tod. Das verbindet das Reich der Notwendigkeit und der Kausalität mit dem freien Willen. Mit dieser Haltung kann man auf den Sinn der Geschichte verzichten, sich vom Zwang des Zeitgeistes befreien und die Geschichte illusionslos durchschauen als das, was sie ist, die ewige Wiederkehr des Gleichen. So bekämpft Nietzsche die jüdisch-christlichen Anteile unserer Kultur, um die griechischen Ursprünge einer aristokratisch-ästhetischen Lebenshaltung freizulegen. Mit dieser Distanzierung wird er zum hellsichtigen Zeitdiagnostiker eine Epoche, die sich mit ihren Illusionen nur die Einsicht in ihren eigenen Nihilismus versperrt. Man hat gute Gründe dafür gefunden, dass Nietzsche mit seinen Schlagworten von der Sklavenmoral, dem Recht und dem Willen zu Macht, der Umwertung aller Werte und dem Lob der blonden Bestie die Nazis und Hitler inspiriert hat. Andere haben ebenso gute Gründe dafür gefunden, dass er Typen wie die Nazis als elende Spießer verachtet hätte. Wahrscheinlich stimmt beides. Freud und die Psyche Marx, Darwin, Einstein, sie alle haben unser Bild von der Welt so verändert, dass die Eitelkeit des Menschen dabei jeweils einen weiteren Fußtritt erhielt. Marx hat uns erzählt, dass unsere Kultur und unser ganzes Bewusstsein von ökonomischen Bedingungen bestimmt werden. Auch das ist eine Relativitätstheorie. Bewusstsein ist relativ zu sozialen Positionen. Darwin hat uns erzählt, dass wir nicht, wie wir glaubten, das Ebenbild Gottes sind, sondern die Vettern ersten Grades der Schimpansen und dass der Prozess der Evolution keinen Planer und kein Ziel benötigt und trotzdem nicht ungeordnet verläuft. Und schließlich hat Einstein uns auch das noch genommen, was das einzig verlässliche Fundament zu sein schien, die Objektivität der physikalisch messbaren äußeren Welt. Das alles hat die Selbstachtung des Menschen gegen Null sinken lassen und zum Ausgleich seine Verwirrung auf ein Höchstmaß gesteigert. Aber es sollte noch schlimmer kommen und dafür sorgte Sigmund Freud. Wohl kein Wissenschaftler hat die Art und Weise, in der sich die Einzelnen in unserer Kultur selbst begreifen, so tiefgreifend verändert wie Freud. Seine Wirkung ist so allgegenwärtig und sein Denken hat so sehr unsere ganze Kultur durchdrungen, dass es schwer ist, sich vorzustellen, wie der Mensch vor Freud seine Psyche verstand. Ursprünglich, etwa zur Zeit Shakespeare's und Montaigne's und Calvins, also im 16. und 17. Jahrhundert, gab es nur eine menschliche Seele, die unsterblich, rational und unveränderlich war. Das, was wir heute zur Psyche zählen würden, die Leidenschaften und Gefühle und Antriebe und Impulse wurde zum Körper gerechnet. Was wir Charakter nennen, war abhängig von den Körpersäften, schwarze Galle, gelbe Galle, Schleim und Blut und je nachdem welcher Saft auf lateinisch Humor überwog, war man Melancholiker, also ein Trauerkloß oder Choleriker, ein Wüterich oder Phlegmatiker, ein Faulpelz oder Sanguiniker, ein Luftikus. Waren die Körpersäfte in Unordnung, war das ein Fall der Medizin. Im 18. Jahrhundert wurde dann zwischen unsterblicher Seele und sterblichem Körper eine Pufferzone eingebaut, die man als Bereich des Mentalen bezeichnen könnte. Vor allem wurde da etwas angesiedelt, das man vorher als bedrohliche Irrationalität angesehen hatte. Die Leidenschaften. Allerdings konnte man die Leidenschaften erst in die gute Stube hineinlassen, nachdem sie aufgrund eines Veredelungsprozesses alle Rücksichtslosigkeit abgelegt und eine sozialfreundliche Natur angenommen hatten. Dann wurden sie auch nicht mehr Leidenschaften genannt, sondern Gefühl, Empfindsamkeit, Sentiment, Sensibilität, Sympathie. Da Gefühl weitgehend als Mitgefühl verstanden wurde, erhielt es eine moralische Qualität. Diese edle Seite besichtigte jeder Mensch bei sich gern. Und so tat sich mit der Erfindung des Gefühls im Menschen eine Art mentaler Innenraum auf, indem er seine Stimmungen, Gefühle, Seelenzustände und inneren Bewegungen sowie seine Erschütterungen, Auffallungen und Spontanreaktionen lokalisierte. Im 19. Jahrhundert wurde die unsterbliche Seele in ihrer Rationalität ganz unmerklich von zwei Instanzen beerbt, dem Intellekt, dem jetzt häufig die unangenehme Eigenschaft der Kälte nachgesagt wurde, und dem Charakter, der gegenüber dem weichen Gefühl die moralisch positive Qualität hatte, fest zu sein und sich nach Grundsätzen, Pflichten und Prinzipien zu richten. Diese psychischen Instanzen wurden durch die Stereotypen der Geschlechterrollen eingefärbt. Die Frauen wurden zu Spezialistinnen des Gefühls, und ihre eigentliche Domäne war der atmosphärisch durchsonnte Wohnsitz des Seelischen. Den Männern dagegen blieb der eher unangenehme, aber notwendige Doppelpack des kalten Intellekts und des moralisch gefestigten Charakters. Das entsprach der Arbeitsteilung der Geschlechter. Während der Mann in Beruf und Öffentlichkeit mit kaltem Intellekt die wirtschaftlichen Interessen der Familie wahrnahm und ihre gesellschaftliche Respektabilität durch seine Charakterfestigkeit repräsentierte, brachte die Frau im Innenraum der Familie diese Härten wieder durch das Lösungsmittel des Seelischen in einem Schaumbad der Gefühle zum Schmelzen. War das Gefühl spontan und in seinen Regungen nicht immer der Kontrolle zugänglich, wurde diese Unwillkürlichkeit als Zeichen der Echtheit und damit als Gütesiegel gewertet. Zeigten sich aber doch unklare Impulse, die zu Misstrauen Anlass gaben, wurden sie als Symptom eines schlechten Charakters interpretiert und der Person als Schuld zugerechnet. Man unterstellte also, dass die Person Herr im eigenen Haus sei und ihre Gefühle und ihre Psyche bei entsprechender Selbstzucht unter Kontrolle habe. Laster, Schwächen, Obsessionen, Süchte wie Alkoholismus, Zwänge etc. wurden moralisch geächtet. Jedem wurde die Freiheit unterstellt, bei entsprechender Willensanstrengung auch wollen zu können, was er sollte. Und wenn er nicht konnte, wurde gedacht, dass er nicht wollte. Genau das hat Freud umgedreht. Wenn heute jemand nicht will, denkt man sofort, er kann nicht. Freud hat die Moral abgeschafft und die Psychologie an ihre Stelle gesetzt. Das hat er dadurch geschafft, dass er das Haus der Psyche um ein weiteres Apartment erweiterte, das Unbewusste. Seitdem ist der Mensch nicht mehr Herr im eigenen Hause. Er hat vielmehr einen Mitbewohner, den er zwar nie sieht, der ihn aber steuert und lenkt, ohne dass er es bemerkt. Freud nennt ihn wegen dieser Unsichtbarkeit auch das Es. Damit ist die alte religiöse Vorstellung der Besessenheit wieder zurückgekehrt und mit ihr auch die Praxis des Exorzismus, der Teufelsaustreibung. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied. Im Exorzismus dachte man sich den Teufel als eine fremde Besatzungsmacht, die von draußen kam und wieder dahin vertrieben werden musste. Bei Freud dagegen hat die Person selbst das, was sie nicht ertragen kann oder was unerlaubt ist, von sich abgespalten. Freud nennt das Verdrängung und unkenntlich gemacht, macht, sodass sie es gar nicht mehr wahrnimmt. Doch das Es tritt nun inkognito auf, es maskiert sich und in dieser Maskierung nahrt es die Person und lässt sie Dinge tun, die sie nicht will. So macht es sich in Unwillkürlichkeiten bemerkbar, wenn die Person mal die Kontrolle lockert, etwa in Witzen oder Versprechern, man spricht geradezu von freudschen Versprechern oder in sonstigen Fehlleistungen, wenn man etwa immer wieder einen Namen vergisst. Es gibt sogar Zeiten, in denen eine totale Wachablösung stattfindet und das Es das Kommando übernimmt, wenn das Bewusstsein sich schlafen legt. Dann feiert das unbewusste Karneval im Traum. Die Träume, das sind die Botschaften des Unbewussten an das Bewusstsein. Aber sie sind in einer unverständlichen Symbolsprache verschlüsselt, bei der das Unbewusste dazu verdammt ist, inkognito zu bleiben. Wer hat es dazu verdammt? Nun, das Bewusstsein. Freud nennt es auch das Ich. Das Ich ist die Instanz der Rationalität und des Realismus. Was aber nicht dazu passt, spaltet es ab und verdrängt es, indem es es verschlüsselt. Zu diesem Zweck hat ihm Freud noch einen weiteren Gehilfen beigegeben, das Über-Ich. Es enthält das Ich-Ideal, also das Ich, wie es gerne sein möchte. Ich-Ideale werden von außen durch Übernahme gesellschaftlicher Normen verinnerlicht. Freud nennt das Internalisierung. Es wird also auch das Fremde nach innen geholt. Gleichzeitig wird ihm mit dem Unbewussten aber etwas Eigenes abgespalten und zu etwas Fremdem gemacht. Was ist es, das da abgespalten wird? Die Triebe, Wünsche und Lüste, die die Gesellschaft nicht erlaubt. Da man sie am Erwachsenen ja nicht mehr wahrnehmen kann, schaut Freud bei den kleinen Kindern nach, was die so treiben, um von da aus auf die verschlüsselten Wünsche des Unbewussten hochzurechnen. Also Kinder spielen lustvoll mit ihren Exkrementen, fantasieren sich die Welt nach ihren Wünschen zurecht, schreien Wut entbrannt, wenn ihnen etwas fehlt, schlagen auf alles ein, das sie stört, stellen sich gerne vor, sie seien die Größten, tyrannisieren alles und jeden, wenn sie es können, lehnen alle Verantwortung ab und würden am liebsten, wenn sie Knaben sind, ihren Vater erschlagen und mit ihrer Mutter schlafen. Zumal dieser letzte Wunsch hat es Freud angetan. Da im griechischen Mythos König Oedipus von Theben dieses Experiment tatsächlich durchführt, nennt Freud die daraus entstehende seelische Schuldverknotung den Oedipus-Komplex. Oedipus durchbricht ein gesellschaftliches Zentraltabu, das Inzestverbot, auf dem die Ordnung der Familie beruht. Würden die Söhne ihre Mütter heiraten wie Oedipus, dann ließen sich die Generationen nicht mehr auseinanderhalten, man wüsste nicht, wer Väter, Söhne und Ehemänner sind. Die Grundkategorien der Familie würden einstürzen und jegliche Hierarchie als Voraussetzung der Autorität würde unmöglich gemacht. Weil dieses Tabu, also das Grundmolekül der Gesellschaft, die Familie ermöglicht, kann Freud seine Psychologie zu einer ganzen Gesellschaftstheorie erweitern, in der er uns erklärt, wie aus dem Inzest-Tabu und dem Familien-Vater-Mord die Gesellschaft, der Staat und die Religion entstehen. Wenn das Unbewusste die eigenen frühkindlichen Wünsche enthält, die dann verschlüsselt wurden, könnte man es ja eigentlich damit bewenden lassen. Und tatsächlich wäre auch nach Freud nichts dagegen einzuwenden, wenn sie nur schön unter Verschluss blieben. Aber das tun sie eben nicht immer, eigentlich überhaupt nicht. Sie brechen aus, sie treiben sich herum, mischen sich maskiert unter die Gäste, äffen den Hausherrn nach, imitieren seine Stimme und kompromittieren ihn gesellschaftlich bis zu einem Grade, dass er wirklich leidet. Dann spricht Freud von einer Neurose. Dann tut man Dinge, die man nicht tun will. Dann erkennt man sich nicht wieder. Dann ist es Zeit, einen Psychoanalytiker aufzusuchen. Der Psychoanalytiker weiß nun, was zu tun ist. Das Unbewusste spricht eine verschlüsselte Sprache. Also muss diese Sprache entschlüsselt werden. Und die Verschlüsselung ist die Technik, mit der das Ich einen Teil seiner selbst von sich abgespalten und als fremd ausgegeben hat. Also besteht die Therapie darin, das Ich dazu zu bringen, anzuerkennen, dass das, was ihm als fremd und befremdlich entgegentritt, diese Ängste und Zwänge, diese Horror und diese Phobien, diese Abneigungen, dass sie ein Teil seiner selbst sind. Da die Therapie in der Entschlüsselung von geheimnisvollen und rätselhaften Symbolen besteht, hat die Psychoanalyse einen großen Einfluss auf die Literaturwissenschaft ausgeübt. Und eigentlich gibt es kaum eine Disziplin, in der es um Sprache und Symbole geht, die nicht von der Theorie Freud's tief beeinflusst wäre. Am radikalsten aber hat die Psychoanalyse die Form verändert, in der die Individuen über sich selbst reflektieren und sich zum Thema werden. Dieses Terrain hat Freud zunächst völlig leergeräumt und dann mit seinen Kategorien besetzt. Sie haben sich verflüssigt und sind durch Sickerungseffekte bis in die Folklore und das allgemeine Alltagsbewusstsein vorgedrungen, sodass sich Millionen Menschen in den Kategorien Freuds verstehen, die nie eine Zeile von Freud gelesen haben. In mancher Hinsicht kommt dies einer ebenso tiefgreifenden Kulturrevolution gleich, wie sie die Entdeckung des Gefühls im 18. Jahrhundert bedeutet hat. Dabei hat Freud nicht nur das Selbstgefühl, sondern auch den Verständigungsstil in diesem Jahrhundert stark verändert. Jeder muss jetzt mit dem Unbewussten des Anderen rechnen. Das verhext die Beobachtung. Alles kann jetzt bewusst oder unbewusst sein. Und es verhext auch die Selbstbeobachtung, denn für einen Selbst gilt dasselbe. Nun gibt es grundsätzlich zwei Arten, jemand zu diskreditieren. Die eine ist die moralische Art, die urteilt, er ist ein Schurke, aber das setzt Freiheit voraus. Das heißt, moralisch kann ich nur jemanden anklagen, wenn er auch anders gekonnt hätte. Die andere Form der Diskreditierung ist kognitiv, die sagt, der versteht es nicht besser, er kann nicht anders, er ist neurotisch, zwanghaft, wahrscheinlich sogar wahnsinnig, auf jeden Fall aber schwer gestört. Die Aufspaltung in Bewusstsein und Unbewusstsein lässt mir in der Kommunikation mit dem Anderen just diese Wahl. Vergesse ich sein Unbewusstes, urteile ich moralisch und mache ihn für seine Handlung verantwortlich. Beziehe ich mich dagegen auf sein Unbewusstes, entschuldige ich ihn moralisch, erkläre ihn für unverantwortlich, er ist ja neurotisch, der arme Teufel, und halte ihn für Mischucke. Auf diese Weise kann ich mich auch selbst entlasten, aber jede moralische Entlastung wird ausgeglichen durch eine Belastung des kognitiven Selbstwertgefühls. Kurzum, man hat die Wahl, ob man lieber ein Schurke oder ein Wahnsinniger sein möchte oder in der milderen Form ein Egoist oder Neurotiker. Der Erfolg von Freuds Theorie hat aber sicher eher mit der Hoffnung zu tun, die sie als Geschenk im Gepäck hat. Die Möglichkeit, das eigene Unbewusste zu enträtseln, eröffnet für jeden die Aussicht auf persönliches Glück. Und da einem das eigene Unbewusste so nah erscheint, scheint auch das Reich der Freiheit nahe. Andererseits ist das Unbewusste ja schon per Definitionen, so wie es definiert ist, eine Blackbox, in die ich nicht hineinsehen kann. Deshalb hindert mich nichts daran, in ihr die Quelle aller meiner Probleme zu vermuten. Die Entschlüsselungsarbeit führt dabei immer zurück in die eigene Biografie. Das macht uns alle zu Familienhistorikern. Dort entdeckt man den wahren Schuldigen, die eigenen Eltern. Sie haben alles falsch gemacht. Ihnen habe ich meine Probleme zu verdanken, denn sie haben mein Leben als Kleinkind beherrscht. Das wiederum hat das Gespräch zwischen den Generationen in einen juristischen Prozess verwandelt. Ankläger ist die junge Generation, Angeklagte sind die Eltern. Das wiederum hat die Elternrolle so äußerst unattraktiv gemacht, weil sie weitgehend mit Schuldgefühlen verbunden wird. Man kann schon die Anklagen von später voraussehen. Durchfreut sind Ausdrücke wie Komplex, Verdrängung, Unbewusstes, Projektion, das meint eigene Zustände, werden anderen zugeschrieben, oder Internalisierung, damit ist die innere Aneignung gemeint, in den allgemeinen Sprachgebrauch der durchschnittlichen Zeitungsleser übergegangen und geläufig geworden. Das betrifft auch einen abgeleiteten Begriff wie Identität, der nicht von Freud, sondern von seinem Schüler Erik Eriksson ausgearbeitet wurde. Nach Eriksson baut sich die Identität eines Menschen durch das erfolgreiche Bestehen einer Serie von Krisen auf, deren Letzte die Identität selbst in Frage stellt. Das ist die Phase der Adoleszenz, des Übergangsalters zwischen Jugendlichem und Erwachsenem. Die Gesellschaft gestattet dem jungen Erwachsenen deshalb, was Eriksson ein psychosoziales Moratorium nennt, also eine Phase, in der man mit verschiedenen Lebensformen und Beziehungstypen herum experimentiert. Für viele ist diese Phase das Studium zum Beispiel oder die erste Beziehung, die reichste und poetischste Episode in ihrem Leben, an die sie sich später mit Nostalgie erinnern. Am Ende hat man dann, wenn es gut geht, seine Identität gefunden. Das heißt, man hat seine Psyche mit den Anforderungen der Gesellschaft in Übereinstimmung gebracht. Diese Anforderungen werden ausgedrückt durch das Ensemble von Rollen, die jemand spielt, als Vater, als Ehemann, als Sparkassendirektor, als Vorsitzender des Fußballvereins, als Laienrichter, als Parteimitglied etc. Rolle ist also der Komplementärbegriff zu dem der Identität. Eine stabile Identität hat derjenige, der all die verschiedenen Rollenanforderungen integriert und mit seiner Fähigkeit zu arbeiten und zu lieben verbindet. Dabei ist die Identität der Stil, in dem er all diese Rollen spielt. Er bleibt sich beim Wechsel der Rollen gleich. Der Rollenwechsel setzt eine gewisse Distanz zu den Rollen voraus. Als Vater benimmt man sich nicht wie ein Vereinsvorsitzender und als Direktor nicht wie ein Vater. Die Faustregel heißt, Identität ist das, was gleich bleibt beim Wechsel der Rollen und Rolle ist das, was gleich bleibt beim Wechsel der Spieler. Mit der Identität beschäftigt sich die Psychologie, mit der Rolle die Soziologie, womit wir Gott sei Dank die Grenze zwischen beiden erreicht haben. Martin Heidegger 1889 bis 1976 Seit Platon hat die Philosophie die Welt in eine Vorderbühne der bloßen Erscheinungen und eine Hinterbühne der eigentlichen Realität geteilt. Kant hat diese Teilung umgedreht und in die Differenz zwischen transzendental und empirisch verwandelt. Nun war der menschliche Verstand zur Hinterbühne geworden, von der aus das Schauspiel der Erfahrung inszeniert wurde. Heidegger erklärt nun diese platonische Teilung in Hinter- und Vorderbühne zur Erbsünde der Philosophie. Hinter dem Schauspielerscheinung gibt es keine Hinterbühne. Wohl aber gibt es eine transzendentale Struktur, die unser Verständnis der Welt einschließlich der Wissenschaft und Philosophie organisiert und all unserem Denken vorauslegt. Das ist die Form der konkreten Existenz. Diese transzendentale Struktur nennt Heidegger das Sein. Um deutlich zu machen, dass es um mehr geht als um bloße Kategorien, es geht um die Mehrdimensionalität menschlicher Grundbefindlichkeit mit der Erfahrung der Ich- Hier- Jetzt- Struktur des eigenen Körpers. Das ist der Ursprung, aus dem alle höheren Kategorien wie Subjekt und Objekt etc. abgeleitet sind. Erst auf der Basis dieser Struktur gibt es überhaupt so etwas wie Gegenstände der Erfahrung, über die ich Aussagen machen kann. Diese Objekte nennt Heidegger Seiendes. Wissenschaft und Philosophie haben bisher überhaupt nur Gegenstände behandelt, die unter die Kategorie Seiendes fallen. Weil Heidegger aber vom Sein als der Struktur reden will, die die Wissenschaft erst möglich macht, erfindet er eine bizarre Sprache, mit der er signalisiert, dass die Normalbegriffe in dieser Sphäre keine Geltung haben. Menschliche Existenz zum Beispiel nennt Heidegger Dasein und schreibt dann Sätze wie diesen. Das Dasein ist ein Seiendes, dem es in seinem Sein um dieses Sein selbst geht. Das könnte man folgendermaßen übersetzen. Der Mensch existiert auf eine solche Weise, dass ihm die Existenz selbst zum Problem wird. Oder anders ausgedrückt, der Mensch ist dadurch definiert, dass er ein vortheoretisches existenzielles Verhältnis zu sich selbst hat. Die Art, wie er dieses Verhältnis dann gestaltet, ist offen. Deshalb definiert Heidegger die Existenz als Sein zum Sein Können. In dieser Offenheit stößt er dann auf eine Grenze, den Tod. An der Vorwegnahme des Todes erfährt er die Existenz als Endlichkeit. Von da aus bestimmt Heidegger das Wesen des Menschen mit dem Verweis auf die Sanduhr der Zeitlichkeit. Von oben aus der Zukunft kommen die Möglichkeiten, die zu ergreifen sind. Von unten zwängt sich die Vergangenheit durch den Engpass der Gegenwart. Da er Existenz und Zeitlichkeit also gleich setzt, nennt Heidegger sein Hauptwerk Sein und Zeit. Wegen seiner rätselhaften Sprache haben es nur wenige gelesen und noch weniger verstanden. Trotzdem hat es eine ungeheure Wirkung gehabt und das Lebensgefühl in der Zeit der Weltkriege artikuliert. Diese Wirkung verdankt sich der Tatsache, dass Heidegger den konkreten Menschen just in dem Moment aus dem Hegelschen Schlachthaus der Geschichte befreite, als er in Wirklichkeit darin umgebracht wurde. Allerdings hat Heidegger 1933 auch eine Verbeugung vor Hitler gemacht, die bis heute unvergessen ist. Aber wenn ihm seine jüdische Geliebte Hannah Arendt die Analytikerin des Totalitarismus verziehen hat, dürfen wir das auch. Theorieszene und Meinungsmarkt Als die Religion in der Moderne endgültig ins Koma fiel, traten Weltanschauungen an ihre Stelle. Das waren umfassende Welterklärungsmodelle, die ursprünglich vor allem in den Werkstätten der Philosophie zusammengezimmert wurden. Aber im Laufe der Zeit produzierten auch die Einzelwissenschaften große Entwürfe mit Welterklärungsanspruch. Sie wurden mit Begriffen bezeichnet, die auf Ismus enden, wie Liberalismus, Marxismus, Darwinismus, Vitalismus, etc. Die Theorieszene ist heute ein Meinungsmarkt mit schwankenden Wechselkursen. Über ihn herrscht dieselbe Göttin wie über andere Märkte auch, die Göttin der Mode. Die Mode hat auf dem Theoriemarkt so schnell fußphasen können, weil die Theorien selbst schon auf Konkurrenz hin angelegt sind. Machen wir uns das noch mal anhand des Marxismus klar. Der Marxismus enthält eine Theorie über das Bewusstsein seines Gegners. Das Bewusstsein des Gegners ist notwendig falsch, weil seine Klassenlage ihn dazu konditioniert, als Kapitalist zu denken. Bewusstsein ist also nur Maskierung von Interessen. Das ist auch bei Marxisten so, aber sein Interesse ist identisch mit dem der Menschheit selbst. Deshalb ist sein Bewusstsein das Richtige. Das hat eine furchtbare Konsequenz zur Folge. Es gibt kein unschuldiges Bewusstsein mehr. Bewusstsein ist moralisch oder unmoralisch. Wer das falsche Bewusstsein hat, macht sich schuldig. Das macht Aufklärung zur heiligen Pflicht. Sie wurde Ideologiekritik genannt, weil im dialektischen Marxismus Ideologie immer falsches Bewusstsein ist. Nach eigenem Verständnis war also der Marxismus keine Ideologie. In dieser Lage entwickelte fast jede Theorie eine Abteilung für allgemeine Verdächtigung aller anderen Theorien. Die Theorien waren sozusagen von Geburt an polemisch. Jede Theorie entdeckte bei der anderen latente, das heißt verdeckte Strukturen, auf die hin sie sie relativieren konnte. Die Konkurrenz der Theorien untereinander wurde zum Spiel. Ich sehe was, was du nicht siehst. Und das sind die Strukturen hinter deinem Rücken, die dein Denken konditionieren. Marxismus Die größte Durchsetzungskraft am Markt hatten die Theorien, deren Verdachtsabteilungen am besten funktionierten. Lange Zeit, genau genommen seit 1968, hatte der Marxismus auf dem Theoriemarkt in Deutschland eine beherrschende Stellung, weil er im Bereich des Ideologieverdachts unschlagbar war. Seine Stärke kann man daran ermessen, dass seine Kurse auch dann immer noch unverändert hochnotiert wurden, als unübersehbar wurde, dass er in der real existierten Wirklichkeit eine Katastrophe anrichtete. Allerdings muss man zugeben, dass er auch im Bereich Sinngebung eine sehr breite Angebotspalette hatte. Jeder Kunde wurde mit einem grandiosen Szenario beliefert, in dem er eine heroische Rolle spielen konnte. Und da das Angebot vor allem Intellektuelle ansprach, die ihre Sinnbedürfnisse durch eifrige Missionstätigkeit befriedigen, sorgte der Marxismus durch Verkaufserfolge wieder für seine eigene Verbreitung bei gleichzeitiger Verdächtigung des Gegners. Nach dem Zusammenbruch des real existierenden Sozialismus kam es aber zu einer unübersehbaren Krise. Da sich der Marxismus bisher gegenüber Widerlegungen in der Realität als immun erwiesen hatte, war das nicht vorhersehbar. Aber nun ist er out. Ob er sich wieder erholt, ist schwer zu sagen. Vielleicht nicht in der alten Form und wahrscheinlich wird es Radikalisierungen, Sektenbildung und theoretische Metamorphosen, d.h. Verwandlungen geben. Im Augenblick sind selbst die besten Marktbeobachter zurückhaltend. Liberalismus Als Gewinner des real existierenden Bankrotts des Marxismus gilt im Allgemeinen der Liberalismus. Er hat in Deutschland fast keine einheimischen Wurzeln und seine geistigen Väter sind sämtlich Engländer. John Locke, Adam Smith und John Stuart Mill. In allen englisch sprechenden Ländern gelten sie praktisch als Nationalheilige. Welches sind die Kerngedanken des Liberalismus? Der höchste Wert ist die Freiheit des Individuums. Deshalb wurden die liberalen Meisterdenker zu Erfindern der Menschenrechte, des demokratischen Verfassungsstaats, der Machtkontrolle durch Gewaltenteilung und der Vorstellung vom Eigentum als dem Garanten der Unabhängigkeit des Individuums gegenüber dem Staat. Ferner hat der Liberalismus in der Ökonomie die Vorstellung verbreitet, dass die freie Entfaltung des wirtschaftlichen Egoismus dem Wohl aller diene. Denn was beim Einzelnen wie Raffgier aussehe, werde durch die Zauberkraft des Marktes, durch die unsichtbare Hand, in einen Beitrag zur wirtschaftlichen Harmonie im Dienste der Produktivität verwandelt. Und deshalb dürfe man das freie Spiel der ökonomischen Kräfte nicht durch staatliche Eingriffe stören. Die Gesetze von Angebot und Nachfrage würden alles zum Besten regeln. Es war vor allem diese Theorie, die vom Marxismus als Ideologie, also als Bemäntelung kapitalistischer Interessen entlarvt wurde. Und tatsächlich hat sich der reine Wirtschaftsliberalismus nirgendwo ohne staatliche Eingriffe zum Schutze der Armen durchhalten lassen. Nun hat der Liberalismus ein paradoxes Schicksal erlitten. In den westlichen Demokratien war er so erfolgreich, dass er zum Gemeingut aller geworden ist. Deshalb sind die liberalen Parteien an ihrem eigenen Erfolg zugrunde gegangen und in der Regel von den Sozialdemokraten beerbt worden. Andererseits hat der Liberalismus in Deutschland nie, wie in den westlichen Demokratien, die entscheidende Rolle gespielt. Deshalb gibt es in Deutschland immer noch Nachholbedarf. Die Vorstellung vom Eigentum als dem Garanten der Unabhängigkeit des Einzelnen und als Motivquelle für sein staatsbürgerliches Engagement ist hierzulande nie heimisch geworden. Kommunitarismus Nun ist der liberale Traum vom gebildeten Menschen tatsächlich nur ein Traum. Bildung wird dabei als das Vermögen des Individuums verstanden, die Gesellschaft durch die Komplexität seiner Persönlichkeit noch einmal in sich abzubilden und damit aus sich heraus die moralische Bindung zu entwickeln, die die Gesellschaft zusammenhält. Das hat sich als frommer Wunsch erwiesen. Überlässt man die Gesellschaft sich selbst, droht sie in vielen Sektoren zu verwahrlosen, siehe Kriminalität, Slums, Ghetto-Bildung, Vereinsamung etc. Deshalb hat man sich in Amerika auf die sozialisierende Funktion kleiner Gemeinschaften besonnen und lobt deren erzieherische Wirkung. Das Wort Kommunitarismus kommt von Englisch Community, gleich Gemeinde. Man denkt dabei an Nachbarschaften, Dörfer und religiöse Gemeinden. Hillary Clinton hat ein kommunitaristisches Buch mit dem Titel It Takes a Village geschrieben, bei dem man den Titel ergänzen muss zu To Educate a Child, zu Deutsch Es bedarf einer Gemeinde, um ein Kind zu erziehen. Man huldigt also eine Rhetorik, in der der überindividuellen engen Gemeinschaft Priorität, d.h. Vorrang vor dem Einzelnen, eingeräumt wird. In Amerika mit seiner starken liberalen Tradition ist das unverdächtig. In Deutschland aber mit seinem schwindsüchtigen Liberalismus knüpft es an anrühchige Traditionen an. Sowohl die Sozialisten als auch die Konservativen hatten die Gemeinschaft immer schon gegen die Gesellschaft der Individuen ausgespielt und darüber das Ausscheren aus der Gemeinschaft verdächtig gemacht. Das hatte den Konformismus beflügelt und die Abweichung bestraft. Schließlich hatten die Nazis die Gemeinschaft zur Volksgemeinschaft überhöht und jedes Ausscheren als Verrat verfolgt. Obwohl also Deutschland sehr viel stärkere kommunitaristische Traditionen hat als Amerika, müssen diese, weil sie recht sind, heute noch nach Amerika exportiert, dort zwischengelagert, umetikettiert und reimportiert werden, um als intellektuelle Handelsware hierzulande zugelassen zu werden. Andererseits herrscht aber eine ausgesprochene Nachfrage nach kommunitaristischen Theorien. Sie haben nämlich die Marktlücke besetzt, die der Bankrott des Sozialismus hinterlassen hat. Ob sie sie halten können, hängt davon ab, ob aus den Trümmern des Marxismuskonzerns wieder neue vitale Theoriefirmen entstehen, die eine aggressive Politik am Markt verfolgen. Psychoanalyse Was der Marxismus für die Gesellschaft ist, ist die Psychoanalyse für das Individuum. Sie hat eine Theorie der Entwicklung mit Sündenfall, statt Spaltung in Klassen, Abspaltung der Neurose, ein revolutionäres Programm, statt Befreiung des Proletariats durch Revolution, Befreiung des Unbewussten durch Therapie und eine äußerst starke Verdachtsabteilung, statt Entlarvung von Ideologien, Demaskierung von Verdrängungen. Dem Klassenschema von Bürgertum, Proletariat und Astrokratie entspricht die Aufteilung der Psyche in Ich, Unbewusstes und Über-Ich. So wie sich das Bürgertum über seine Beteiligung am Elend des Proletariats selbst hinwegtäuschte, so verdrängte das Ich mit Hilfe des Über-Ichs das schmutzige, peinliche Unbewusste. Und so wie die Kommunisten den Betrieben wühlten und im Untergrund konspirierten, so rumorte das Unbewusste und demaskierte die offiziellen Verlautbarungen des Ich im Witz oder tanzte auf den Straßen im Karneval des Traums. Dagegen setzte das Ich die Polizei der Verdrängung ein und unterwarf die revolutionären Aufrufe des Unbewussten der Zensur. Freud schilderte die Psyche so, wie die zeitgenössischen Sozialisten den kapitalistischen Polizeistaat. Deshalb konnte die Psychoanalyse auch ohne weiteres eine Symbiose mit dem Marxismus eingehen. Das geschah in der sogenannten Frankfurter Schule oder bei einzelnen Theoretikern in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen. Wilhelm Reich, Erich Fromm, Theodor W. Adorno, Max Horkheimer, Herbert Marcuse. In dieser Mixtur hatte der Psycho-Marxismus nach 68 fast eine beherrschende Stellung am Markt erobert, wobei die beiden Verdachtsabteilungen des Freudianismus und des Marxismus ihre Kräfte durch Bündelung vervielfachten. Jede Theorie und jede Meinung konnte von da an nicht nur als kapitalistische Ideologie, sondern auch als orales Symptom, als Ausfluss einer ödipalen Verdrängung oder als Maskierung des Wunsches, mit der eigenen Großmutter zu schlafen, demaskiert werden. Der Psycho-Diskurs teilte sich in den Diskurs der Selbsterfahrung und den Diskurs der Verdächtigung der Anderen. Die gesamte Verständigungskultur der Gesellschaft überzog sich mit dem Schimmelpilz des Verdachts. Jeder sah bei dem Anderen die Gründe, warum dieser sich selbst nicht durchschauen konnte. Verdrängungen, Traumatisierungen, Neurosen, Blockierungen, Komplexe. Das erklärte die Verständigungskatastrophen, die man in diesem Diskurs selbst produzierte. Wer will sich schon darüber verständigen, dass er sich selbst nicht durchschaut und eine Macke hat? Darauf reagiert man mit Abwehr, weil man sich nicht ernst genommen und als verantwortliche Person behandelt fühlt. Aber damit bestätigt man wieder den Verdacht, alles zu verdrängen. Die Psychoanalyse hatte also noch ein anderes Erfolgsrezept am Markt als der Marxismus. Sie schaffte selbst die Probleme, als deren Lösung sie sich verkaufte. Das machte den Markt unersättlich. Je mehr Psychoanalyse sich verbreitete, desto mehr Nachschub war nötig. Es war wie bei einem Getränk, das Durst macht. Eine Art sich selbst reproduzierendes Bedürfnis. Kurzum, eine Droge. In ihrer sozialen Funktion können also die Psychoanalytiker mit einer Drogenmafia verglichen werden. Sie schaffen das Bedürfnis, das sie dann zur Quelle ihrer Einkünfte machen. Als Frankfurter Schule bezeichnet man eine Gruppe von Theoretikern aus dem Frankfurter Institut für Sozialforschung, die während der Nazizeit nach Amerika emigrierten, sich dort in zwei Gruppen aufspalteten, von denen die eine nach dem Krieg wieder zurückkehrte, um das Institut in Frankfurt neu zu begründen. Die Rückkehrer hießen Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, unter denen, die in Amerika blieben, war der einflussreichste Herbert Marcuse. Es waren diese drei, die mehr als irgendeine andere Gruppe von Theoretikern, wenn man die Meisterdenker Marx und Freud einmal ausnimmt, die Studentenrevolte von 1968 inspirierten. Das Bizarre dabei ist, dass sich Adorno und Marcuse diametral widersprachen. Adornos Thema war ein vertragter Zusammenhang, den man sich vielleicht am besten klar machen kann, wenn man auf einen englischen Zeitgenossen von Marx blickt, den Schriftsteller Charles Dickens, Autor des im Literaturteil besprochenen Romans Oliver Twist. Das England von 1850 war erfüllt vom Geist der Reform. Die Reformer bezogen ihre Programme von den liberalen Meisterdenkern Jeremy Bentham, James Mill und John Stuart Mill. Viele ihrer Vorschläge, etwa zur Einrichtung von Arbeitshäusern, zur Gefängnisreform, zur Gesundheitsüberwachung, zur Kriminalitätsbekämpfung und zur Inspektion ganzer Bevölkerungsgruppen im Dienste der Schulbildung oder Seuchenbekämpfung, führten zum Aufbau einer rationalen Planungsbürokratie, die die Menschen um des Fortschritts willen einem entwürdigenden Zwang aussetzten. Dickens protestierte gegen diese Art von Reformen, indem er in seinen Romanen die Arbeitshäuser, die Schulen, die Gefängnisse und die Bürokratie etc. als wahre Höllen darstellte, in denen brutale Tyrannen die Verwaltungsvorschriften dazu ausnutzten, unschuldige Kinder und Frauen zu quälen. Dickens hatte kein Alternativkonzept, sondern protestierte im Namen des Gefühls und der Menschlichkeit gegen die Entmündigung der Menschen durch die kaltherzig rationale und entwürdigende Tyrannei der modernen Verwaltung. In seinen Augen hatte der Fortschritt die Menschen nicht befreit, sondern noch stärker versklavt. So ähnlich wie Dickens mit den Reformen ging es Adorno mit der Rationalität der Aufklärung. Auf ihr beruhte ursprünglich die Hoffnung der Antifaschisten in ihrem Kampf gegen den an sich irrationalen Faschismus. Aber in der Disziplinierung des Menschen durch Armee, Fabrik und moderne Verwaltung verbündete sich die Rationalität mit der irrationalsten Gewalt. Es war so, als ob die Polizei zu den Gangstern übergelaufen wäre. Die Aufklärung war zum Komplizen der finstersten Barbarei geworden. Deshalb nannten Horkheimer und Adorno eines ihrer wichtigsten Bücher die Dialektik der Aufklärung. Ihren deutlichsten Ausdruck hatte diese Verflechtung von Irrationalität, mythischer Gewalt und modernster Rationalität in der Todesfabrik von Auschwitz gefunden. Für Adorno hatte diese Verflechtung unsere gesamte moderne Kultur, unsere Sprache und unsere Symbolsysteme durchdrungen. Sie war ein Verhängnis, aus dem es keinen drinnen gab, eine universelle Mystifikation und ein totaler Verblendungszusammenhang, den es zu enträtseln galt. Deshalb inspirierte Adorno vor allem Germanisten, die den Faschismus dann in den Texten wiederfinden konnten, aber sonst nichts zu tun brauchten. Denn die direkte politische Aktion der Studenten hat Adorno nicht unterstützt. Aus diesem Grunde wurde er selbst zum Adressaten von Protesten, die bei ihm, wie manche behaupten, 1969 einen tödlichen Herzanfall auslösten. Marcuse optierte für den entgegengesetzten Weg und inspirierte die studentischen Aktionen. Für ihn war der Spätkapitalismus darin, dem Faschismus ähnlich, dass sie beide die sozialen Konflikte ruhig stellten und die Gesellschaft integrierten. Was der faschistische Staat aber nur mit Gewalt und Terror bewerkstelligte, das gelang dem Spätkapitalismus durch die universelle Bewusstseinsmanipulation der Kulturindustrie. Hier berührt sich Marcuse mit Adorno. Diese Bewusstseinsverkürzung verschleierte vor allem die Einsicht, dass die Akkumulation der ungeheuren Reichtümer im Spätkapitalismus schon jetzt die Befreiung zum allgemeinen Glück ermöglichte. Deshalb schrieb Marcuse die Rolle des revolutionären Subjekts, des Handlungsträgers der Revolution, denjenigen zu, die noch nicht in den allgemeinen Verdummungszusammenhang integriert waren, weil sie noch zu jung und noch nicht fertig ausgebildet waren, den Studenten. Die Schwachstelle des Systems war also da, wo die Integration ins System erfolgte, im Erziehungssystem. Für Marcuse war die Rolle des Katalysators, des Auslösers der Revolution von den Arbeitern zu den Studenten gewandert. In ihrer Wirkung auf die Studentenbewegung ergänzen Adorno und Marcuse einander. Mit Adorno ließ sich alles als Faschismus entlarven. Mit Marcuse konnte man sofort aus ihm ausbrechen. Der höchste Notstand rechtfertigte die höchste Dringlichkeit. Mit Adorno blickte man zurück auf die deutsche Vergangenheit und blieb fixiert auf Auschwitz. Mit Marcuse blickte man tatendurstig in die Zukunft, beseelt vom Optimismus des Reichtums. Der Rückkehrer Adorno verkörperte die deutsche Melancholie, der in San Diego lehrende Marcuse repräsentierte den amerikanischen Optimismus, mit dem sich die junge Generation von ihren Eltern absetzte. Andererseits wurde aber die Sprache einer ganzen Generation von Adorno geprägt. Weil sie sich überall auf den universalen Verblendungszusammenhang bezog, war sie zugleich unverständlich und suggestiv. In ihr wurde ständig das Verhängnis beschworen. Mit ihrem labyrinthischen Satzbau gewann sie etwas priesterlich Rätselhaftes, etwas Kultisches und Narkotisches. Der Adorno-Schüler Jürgen Habermas hat die Tradition der Frankfurter Schule dann eigenständig weitergeführt, indem er die Bedingungen idealer Kommunikation erforschte und sie zur transzendentalen Voraussetzung demokratischer Verständigung erhob. Darin kam er der wirklichen Funktion der Frankfurter Schule in der bundesdeutschen Geschichte recht nahe, nämlich der Funktion, bei der Entstehung einer kritischen Öffentlichkeit Geburtshilfe zu leisten. Zugleich hat die narkotische Posa Adornos die Sprache einer ganzen Generation verdorben, sodass sie nur als Jargon weiterlebte. Sie hat die Hirne so benebelt, dass der Unterschied zwischen faschistischem Terror und kapitalistischer Bewusstseinsverkürzung so verschwamm wie der zwischen bürgerlicher Demokratie und totalitärer Herrschaft. Damit hat er die politische Urteilskraft einer ganzen Generation ernsthaft beschädigt. Die Sprache der kritischen Theorie ist mega out. An ihr erkennt man die alten 68er. Freilich sitzen diese in vielen Chefsesseln des Kulturbetriebs und wer da hinein möchte, sollte den Frankfurter Dialekt lernen. Diskurstheorie Die Diskurstheorie ist fast die alleinige Schöpfung eines einzelnen Mannes, des Franzosen Michel Foucault. Sein Ausgangspunkt ist ganz ähnlich wie der Adornos und darin gleicht er auch Charles Dickens. Ihn interessiert die Modernisierung als Prozess der Disziplinierung. So untersucht er die Geschichte der Institutionen, die auch Dickens beschreibt. Kliniken, Irrenhäuser, Gefängnisse etc. Aber seine Aufmerksamkeit gilt nicht allein der Analyse der Zwangsapparatur selbst und ihrer Ordnung, sondern den zugehörigen Diskursen, in denen definiert wird, was das ist. Ein Irrer, ein Krimineller, ein Kranker, ein pathologischer Fall. Mit anderen Worten, Foucault untersucht die Sprache der Disziplinen, die über die Definitionshoheit dessen, was ein Mensch ist, verfügen. Das sind Sprachen der Bürokratie, Sprachen der Wissenschaft, Sprachen der Medizin, Sprachen der Psychologie, kurzum, Sprachen der Macht. Sie beschreiben nicht, sondern sie bestimmen. Sie legen fest und definieren. So wie Kant das mit dem Begriff transzendental gemeint hat, schreiben sie vor, das heißt, sie konstituieren. Sie schaffen Kranke, Irre und Kriminelle. Wie Petrus haben sie die Macht, den Einzelnen aus dem Himmel der Gesellschaft auszuschließen und die Bedingungen festzulegen, unter denen er eingeschlossen wird. Zu den Bedingungen zählen, Rechtsfähigkeit, Verantwortlichkeit, Zurechnungsfähigkeit, Bildung, Ausbildung, Diszipliniertheit, Ordentlichkeit etc. Foucault geht es also wie Adorno um die Verquickung von Sprache und Macht. Die Herrschaftssysteme der Sprache, die wie Staatsgebiete durch Grenzen als Hoheitszonen kenntlich gemacht sind, nennt Foucault Diskurse. Sein Verfahren besteht dabei aus einer Art Luftbildarchäologie. Die Diskurse selbst sind unterirdisch und um sie freizulegen, muss man die Oberfläche des normalen Geredes wegräumen und sie ausgraben. Aber um ihre Struktur überhaupt zu finden und zu erkennen, muss man einen ungeheuren Überblick gewinnen. Und das kann man nur aus der Distanz. Die Diskurstheorie ist in. Aber um zu verstehen, wieso, sollen zunächst drei Verwandte der Diskurstheorie vorgestellt werden. Der Dekonstruktivismus, der Multikulturismus und der Feminismus. Der Dekonstruktivismus Wie die Diskurstheorie Foucaults Schöpfung ist, so ist auch der Dekonstruktivismus die Schöpfung eines einzelnen Mannes, des Franzosen Jacques Derrida. Um es vorwegzunehmen. Derrida startet anderswo als Foucault, aber er landet so nahe bei ihm, dass aus ihrer Vermischung die Grundlagentheorie des Feminismus und des Multikulturalismus gewonnen werden kann. Derridas Bezugsproblem ist einigermaßen schwierig und seine Sprache praktisch unverständlich. Deshalb fangen wir mit einem rätselhaften, aber lachhaften Satz an, der von dem Gothaar-Professor Galetti stammen soll. Das Schwein trägt seinen Namen zu Recht, denn es ist wirklich ein sehr unsauberes Tier. Was lässt uns dabei stutzen? Es ist die Unterstellung, dass die Lautfolge Schwein schon das Wesen der Unsauberkeit ausdrückt. Tatsächlich ist sie aber ganz willkürlich und nichts an ihr drückt das Wesen des Schweinischen aus. Ein Schwein heißt nicht Schwein, weil das Wort Treffen das Wesen dieses Tieres bezeichnet, sondern damit wir es nicht mit dem Wort Schein oder Schwan verwechseln. An sich spreche nämlich nichts dagegen, den weißen Vogel Schwein zu nennen und das Rüsseltier Schwan. Dann würde man von Schweinensee, von Leder und dem Schwein, dem Schloss Neuschweinstein und dem Schwein von Även sprechen. Merkwürdigerweise hat die Entdeckung, dass die Lautfolge eines Wortes völlig willkürlich ist und mit der Bedeutung nichts zu tun hat, sehr lange auf sich warten lassen. Sie wurde erst von dem Begründer der modernen Linguistik gemacht, dem Schweizer Ferdinand de Saussure. Seitdem unterscheiden wir zwischen dem Signifikanten, das ist die Lautfolge, also der materielle Träger, der Bedeutung, und dem Signifikat, als dem Bedeuteten, also dem inneren Abbild im Geist von Hörer und Speicher. Die Tatsache, dass diese Entdeckung so spät gemacht wurde, ist Deridas Ausgangsproblem. Um diese Verspätung zu erklären, verweist er auf die Erfindung der phonetischen Schrift, der Lautschrift. Sie ist für ihn die Voraussetzung der abendländischen Philosophie. In der phonetischen Schrift schiebt sich nicht mehr, wie in China oder Ägypten, ein eigenständiges Zeichen zwischen dem Sprecher und das gesprochene Wort. Stattdessen wird das Zeichen auf das Lautbild hin transparent. Das weckt die akustische Täuschung, dass der Sinn eines Wortes unmittelbar anwesend ist. Es unterschlägt die Differenz zwischen Bedeutendem und Bedeutung. Weil es das Zeichen als Zeichen unsichtbar macht. Man meint, direkt auf die Bedeutung zu blicken. Das ist der Grund, dass man den Signifikanten als vom Signifikat getrennten Sonderposten so lange übersehen hat. Man hat eben immer so gedacht wie Professor Galetti. Derida glaubt nun, dass diese akustische Täuschung das ganze westliche Denken geprägt hat. Da ist durch die Illusion von der unmittelbaren Anwesenheit des Logos, der Bedeutung, gekennzeichnet ist, spricht Derida von Logozentrismus. Weil dieses logozentrische Denken Anwesenheit in den Mittelpunkt stellt, macht es die dritte Person Singular Präsens, das ist, zur privilegierten Aussage von der Wahrheit und nicht etwa wir waren oder du wirst sein. Vor allem aber, der Logozentrismus unterschlägt die Selbstständigkeit des Signifikanten, indem er ihn als unwichtig hinstellt und auf einen sekundären Posten verbannt. Diese primäre Asymmetrie setzt sich fort in einer Serie von Gegenbegriffen, bei der immer eine Seite höher bewertet wird als die andere, etwa Geist, Materie, Mann, Frau, Idee, Gegenstand, Form, Inhalt, Wesen, Erscheinung, Original, Kopie, Aktiv, Passiv, Geben, Nehmen, Kultur, Natur, etc. Diese asymmetrischen Gegenbegriffe organisieren die symbolische Ordnung unserer Kultur und bestimmen, was Sinn ist. Unser abendländisches Verständnis von Sinn setzt also die Unterdrückung von Teilen unseres Zeichensystems voraus, die bei der Herstellung von Bedeutung eine gleichberechtigte Rolle spielen. Mit anderen Worten, Sinn ist Herrschaft. Die Verdrängung findet schon immer im Zeichensystem statt. In den Texten der Literatur kommt es nun zur Wiederkehr des Verdrängten. Die Textinterpretation kann dem nachhelfen, indem sie durch ein Verfahren den verschütteten Seiten der Gegenbegriffe wieder zu ihrem Recht verhilft und sie unter der offiziellen Sinnoberfläche hervorzerrt. Dieses Verfahren nennt Derrida Dekonstruktion. Es ist eine Art Karneval des Sinns, in dem man alles umdreht und eine umgekehrte Herrschaft errichtet, dann aber diese Herrschaft zugunsten der Einsicht abschafft, dass Zeichen und Bezeichnetes Körper und Geist und Frau und Mann gleichberechtigt sind. Und hiermit landen wir in der Nähe Foucaults. Weil beide, Derrida und Foucault, die Systeme symbolischer Ordnung als subtile, aber allgegenwärtige Repressionsinstrumente, das heißt Unterdrückungsinstrumente, verstehen, sind ihre Analysen besonders in den Kultur- und Literaturwissenschaften populär geworden. Unter ihrem Einfluss hat sich Gesellschaftskritik in Kritik an den kulturellen Symbolsystemen verwandelt. Und weil die meisten Frauen, die studieren, geisteswissenschaftliche Fächer belegen, wurden hier die Waffen des Feminismus geschmiedet. Diskurstheorie und Dekonstruktion sind deshalb in. Dabei hat der Jargon Derrida's in der Literaturwissenschaft den Jargon Adornos abgelöst. In der Konkurrenz um Unverständlichkeit schlägt er ihn aber um Längen. Derrida bezeichnet die europäische Kultur nicht nur als logozentrisch, also rational, sondern auch als phallokratisch, also männlich. Die Asymmetrie bei den Gegenbegriffen Signifikant, Gleichzeichen, Signifikat, Gleichbedeutung, findet sich wieder in der Asymmetrie Frau-Mann. Sie drückt sich sprachlich darin aus, dass der Mann als Grundmodell des Menschen gesehen wird und die Frau als Abweichung wie in Bauer-Bäuerin, Politiker-Politikerin, etc. Entsprechend hat die abendländische Kultur sowohl die anderen Kulturen symbolisch enteignet, als auch die Kultur der Weiblichkeit kolonisiert. Von dieser Warte aus parallelisieren die Feministinnen nun die Kultur der Feminität mit den Kulturen von Dritte-Welt-Ländern und stilisieren sich selbst als kulturelle Minderheit. Ihre Revolte besteht deshalb aus einer Eroberung der Diskurse durch Symbolpolitik. Dabei bedienen sie sich der Mittel der politischen Korrektheit. Der Sozialismus mit seinem Rechts-Links-Schema ist nach seinem Zusammenbruch von dem Gut-Böse-Schema eines Kulturalismus beerbt worden, der Diskursteorie, Dekonstruktion und Feminismus gleichermaßen kennzeichnet. Der Marxismus arbeitete noch mit einer Relativierung des Gegners durch den Nachweis von dessen falschem Bewusstsein. Die kulturalistischen Theorien dagegen sind schon ihre eigenen Programme. Da sie von den Symbolsystemen als verkappten Herrschaftsinstrumenten handeln, geht es ihnen um die Eroberung der Diskurse durch eine Form der moralischen Nötigung. Wir sind die Guten, die Anderen sind die Bösen. Das führt zur Moralisierung des Meinungsmarktes durch semantische Schaukämpfe und Kampagnen. Wissenschaft und ihre Weltbilder Bei den Wissenschaften unterscheiden wir zwischen den Naturwissenschaften und allen anderen. Diese anderen wurden früher einmal Geisteswissenschaften genannt. Das war aber nur in Deutschland so, weil man da an den Geist und die Wissenschaften glaubte. Heute findet man das eher peinlich. In den angelsächsischen Ländern spricht man überhaupt nicht von Wissenschaften, sondern nennt die Disziplinen, die sich mit dem Menschen und seiner Kultur befassen, Humanities. Dem entspricht das jetzt übliche deutsche Wort Humanwissenschaften. Dabei haben sich die Wissenschaften von der Gesellschaft, die Sozialwissenschaften also, von den alten Geisteswissenschaften, den Philologien, getrennt, die man jetzt eher Textwissenschaften nennt. Im Vergleich zur Philosophie oder gar Ideologie gelten die Wissenschaften als äußerst solide. Philosophie ist immer auch Spekulation, und Ideologie ist eine politische Erlösungsreligion. Davon unterscheidet man dann die exakten Wissenschaften. Dabei denkt man natürlich zunächst an die Naturwissenschaften. Sie haben zwei Kontrollmittel für ihre Aussagen, die oft miteinander zusammenhängen, das Experiment und die mathematische Berechenbarkeit ihrer Gegenstände. Es gehört zu den unerklärten Wundern der Welt, dass sich die Natur in der Sprache der reinen Mathematik ausdrückt. Ein Wunder ist das deshalb, weil die Mathematik eine Grammatik hat, die an sich auf die äußere Welt gar keine Rücksicht nimmt, sondern ihre Regeln allein aus der Logik interner Relationen gewinnt. Sie ist also das Gegenteil der Natur, nämlich reiner Geist. Und doch tut die Natur so, als ob sie alle Gesetze der Mathematik beherrsche und sich nach ihr richten. Wenige exakt sind die Text- und Sozialwissenschaften, aber auch sie haben durchaus solide Kontrollverfahren. Bei den Textwissenschaften ist es die Detektivarbeit bei der Herstellung exakter Texte, also Archive durchstöbern, Belege suchen, Kontexte herstellen, Einflüsse aufspüren und alles durch Fußnoten belegen. Ist für die Naturwissenschaft das Erkennungsmerkmal das Experiment, so ist es in den Textwissenschaften die Fußnote. Dagegen sind die Sozialwissenschaften wieder mathematischer. Sie haben als Kontrollinstrumente die Statistik, die Tabelle, die Faktorenanalyse oder die Korrelation zwischen verschiedenen Faktoren, etwa die mathematisch beweisbare Korrespondenz zwischen dem Rückgang der Geburten und dem Rückgang der Zahl der Störche. Die Sozialwissenschaften sind aber, wie die Textwissenschaften, sehr viel stärker auf Interpretation angewiesen. Die Universitäten und ihre Disziplinen Die meisten Disziplinen werden als Fächer an den Universitäten gelehrt und können dort studiert werden. Es gibt aber Fächer, die ihre Einheit nicht aus der wissenschaftlichen Disziplin ableiten, sondern ihr Profil aus der beruflichen Praxis beziehen, auf die sie vorbereiten. So schneidet die Medizin Anteile aus der Biologie und Chemie heraus und kombiniert sie, nicht etwa, weil der menschliche Körper ein eigener wissenschaftlicher Gegenstand ist, sondern weil die Praxis der Heilkunde ihn dazu macht. Und die Juristerei und die Pädagogik sind überhaupt keine Wissenschaften, sondern Praktiken, die eine gewisse strategische Reflektiertheit voraussetzen. ihre Erfolge haben der Wissenschaft ein ziemliches Prestige eingebracht. Aus diesem Grund haben sich immer mehr Fächer das Kostüm der Wissenschaft angezogen und sich an den Unis etabliert, die in Wirklichkeit akademisch nobilitierte Praktiken sind. Journalismus, Schauspiel, Sprachlehrforschung, Regie, Politologie und verschiedene psychologische Disziplinen zwischen Schamanismus und Hokus-Pokus. Und auch die Lehrerbildung leidet an einer unklaren Bastardisierung zwischen Praxis und Wissenschaft, sodass weder die Wissenschaft noch die Praxis zu ihrem Recht kommen und die Lehrer von Anfang an sich an professionelle Maskenspiele gewöhnen. Der Fortschritt der Wissenschaften Nun hat man lange aus dem Erfolg der Wissenschaften auch das Bild ihrer Geschichte gewonnen. Man stellte sie sich als stetige Akkumulation, das heißt Anhäufung von immer mehr Wahrheiten vor, so wie durch die Entdeckung der Erde immer mehr Land erforscht wurde. Bis in den 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts Thomas Kuhn kam, der Wissenschaftshistoriker. Bei seinen Untersuchungen fiel ihm auf, dass die Wissenschaften auch ziemlichen Mumpitz produziert hatten und dass die Widerlegung des Mumpitzes auch zu ihrem Fortschritt beigetragen hatte. Also konnte die Wissenschaft nicht nur als Akkumulation von Wahrheiten, sondern musste auch als Akkumulation von Mumpitz beschrieben werden. Als Thomas Kuhn sich in dieses Problem vertiefte, entdeckte er, dass der wissenschaftliche Fortschritt sich ganz anders vollzog, als man bisher angenommen hatte. Er bestand nicht aus einer stetigen Anhäufung von immer mehr Wahrheiten, sondern aus einer Serie von Legislaturperioden mit wilden Wahlkämpfen und wechselnden Regierungen. In seinem Buch »Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen« aus dem Jahr 1962 stellt Thomas Kuhn fest, dass es in jeder Wissenschaft eine herrschende Lehrmeinung gibt, die auf einer Reihe sich ergänzender Leitbegriffe und Hintergrundannahmen beruht. Diese Annahmen gelten als selbstverständlich und als nicht begründungsbedürftig. Sie stützen den wissenschaftlichen Konsens. Ein solches Netzwerk von Führungsbegriffen und Annahmen ist mehr als eine Theorie und weniger als eine Weltanschauung. Kuhn nennt es ein Paradigma, nach dem griechischen Wort für Modell oder Beispiel. Die meisten Wissenschaftler sind damit beschäftigt, mit ihren Forschungen das herrschende Paradigma zu bestätigen. Sie bilden, sozusagen, die Regierung und betreiben normale Wissenschaft. Aber immer gibt es auch eine Minderheit von Non-Konformisten. Sie lassen sich von solchen Problemen faszinieren, die nicht innerhalb des herrschenden Paradigmas erklärt werden können. Natürlich werden sie von der Regierung mit Misstrauen verfolgt und auf den Pfad der Opposition gedrängt. Da sammeln sie dann immer mehr Fakten und immer mehr Anhänger, bis sie einen Generalangriff auf das herrschende Paradigma unternehmen, selbst die Regierung übernehmen und nun ihre neue Lehre als wissenschaftliches Dogma etablieren und das wissenschaftliche Newspeak, das heißt Neusprech, verbreiten. Kuhn spricht bei einem solchen Vorgang von wissenschaftlichen Revolutionen. Man könnte auch von einem demokratischen Regierungswechsel sprechen, bei dem nach einem langen Wahlkampf die Opposition die Regierung stürzt und selbst die Regierung übernimmt. Dieser Prozess ist für die Mitglieder der alten Regierung äußerst schmerzlich, weil damit ihre ganze wissenschaftliche Lebensleistung entwertet und zum alten Eisen geworfen wird. Deshalb verteidigen sie das alte Paradigma bis zum letzten Atemzug. Naturgemäß herrscht die neue Regierung, mit dem ihr eigenen Paradigma so lange, bis wieder neue Erkenntnisse gesammelt werden, die nicht hineinpassen und dann beginnt der Prozess von vorne. Thomas Kuhns Forschungen waren selbst revolutionär, weil er das alte Paradigma der gradlinigen Wissenschaft sprengte. Das hat das Bild der Wissenschaft völlig verändert. Seither weiß man, dass das Haus der Wissenschaft kein Kloster ist, in dem asketische Mönche in friedlicher Eintracht an ihren Forschungen arbeiten und in regelmäßigen Abständen sich zu Kongressen versammeln, um gemeinsame Gebete zu murmeln und den Herrn zu loben. Vielmehr ist es ein Parlament, das vom Krach der Kontroversen und dem Lärm der Debatten widerhält, wo die Regierung bombardiert wird mit den Entdeckungen der Opposition, die der Regierungsdoktrin widersprechen und wo die Regierung, die Opposition mit der geballten Feuerkraft des geltenden Paradigmas beschießt und ihr vorwirft, wegen ein paar Anomalien, die sicher noch geklärt würden, die ganze bewährte Lehrmeinung zu stürzen und Chaos und Anarchie verbreiten zu wollen. Im Folgenden wollen wir einige Konzepte Revue passieren lassen, die aus dem Schaum wissenschaftlicher Debatten geboren wurden. Evolution Jeder weiß heute, dass die Evolutionstheorie von Charles Darwin in seinem Buch von 1859 Entstehung der Arten entwickelt wurde und das damalige Weltbild revolutionierte. Folgende Annahmen waren neu und schockierend. Die Bibel mit ihrem Schöpfungsbericht ist nicht das Wort Gottes, das wortwörtlich vom Heiligen Geist diktiert wurde, sondern eine ziemlich windige Sammlung von Legenden. Der Mensch ist nicht unmittelbar aus der Hand Gottes entsprungen, sondern entstammt einer Familie, zu der sehr peinliche Vorfahren zählen, wie Schimpansen und Gorillas. Die Welt ist nicht, wie man bisher immer geglaubt hat, 60.000 Jahre alt, sondern in Jahrmillionen entstanden. Diese revolutionären Annahmen schufen ein Gefühl temporaler Heimatlosigkeit, so als ob man als einsamer Zeitreisender durch leere Räume trifft. Bis zu Darwin war die Vorstellung der Evolution verschiedener Arten durch ein Paradigma blockiert, in dem sich verfeindete Lager gegenüber standen, die Uniformitarier und die Katastrophisten. Unter der Führung des Geologen Charles Lyell glaubten die Uniformitarier, die Erde und das Leben auf ihr hätten sich während langer Zeiträume unter dem stetigen Einfluss von Kräften verändert, die man auch heute noch beobachten könne. Klima, Witterung, tektonische Verschiebungen. Die Uniformitarier galten als das Wissenschaftlichere der beiden Lager. Unter dem Einfluss von Georges Cuvier konzentrierten sich die Katastrophisten dagegen auf die Brüche in der Erdentwicklung, die durch die vorgeschichtlichen Funde, die Ablagerungen, die Fossilien und den Vulkanismus belegt zu sein schienen. Daraus leiteten sie die These ab, dass die Erde von einer Reihe von Katastrophen heimgesucht wurde, die wiederholt alles Leben vernichteten und Gott veranlassten, immer wieder neue Arten zu schaffen. Darwin gelang der Durchbruch deshalb, weil er ein wissenschaftlicher Außenseiter war. Er hatte Theologie studiert, war Hobbybiologe und wurde deshalb von der Kontroverse gar nicht berührt. Außerdem dachte er interdisziplinär. Auf der Fahrt zu den Galapagos-Inseln las er den Ökonomen Thomas Malthus, der feststellte, dass die Bevölkerung immer schneller wuchs als die Nahrungsmittelreserven und dass deshalb die Armenfürsorge nur die Armutsgrenze hinausschieben, aber niemals die Zahl der Armen beseitigen beseitigen konnte. Als Darwin auf Galapagos an Land ging, sah er die Fülle der Arten mit Malthus' Augen und rief Heureka. Er hatte den Druck an der Wachstumsgrenze der Population als Ausleseprinzip für das Überleben der best angepassten Arten entdeckt. Was an der Evolutionstheorie so schwer zu akzeptieren ist, ist nicht nur unsere Verwandtschaft mit den Affen, obwohl das eine erhebliche Kränkung der Eigenliebe darstellt. Aber hinzu kommt, dass man sich einen subjektlosen Prozess, der nicht geplant ist und kein Ziel hat, aber dennoch nicht chaotisch und unordentlich ist, schlechterdings nicht vorstellen konnte. Es gab bis zu Darwin das berühmte Argument von Paley's Uhr. William Paley war ein Theologe, der die Überlegung angestellt hatte, dass, wenn man bei einem Waldspaziergang plötzlich eine Uhr finden würde, man denken notwendig auf einen Uhrmacher schließen müsse. Und schließlich hat den Juden nachgewiesen, dass die Welt ein Mechanismus wie eine Uhr war. Also gab es einen Gott und wenn er auch einem Uhrmacher glich, so war man doch froh, ihn überhaupt retten zu können. Davins Idee von einem Prozess, der ohne Planer auskam, weil er sich selbst steuerte, ruinierte deshalb die letzte Hoffnung der Theologen. Die Idee eines sinnvollen Weltplans und eines Ziels der Naturgeschichte erwies sich als überflüssig. Auch der Mensch verwandelte sich aus der Krone der Schöpfung in ein Übergangsstadium voller Mängel und Unvollkommenheiten, ein Produkt der Umstände und des Zufalls, ein besserer Affe im Vergleich zu dem Übermenschen, der noch kommen konnte. In Wirklichkeit reproduziert sich das Leben ohne Planer durch Sex. Die beiden Partner hießen Chaos und Ordnung. Sie bildeten die erste Differenz. Als es durch Zufall irgendwo mehr Ordnung gab als drumherum, etwa in einem Molekül, einer Zelle, wirkte die Ordnung als Selektionsprinzip, d.h. Auswahlprinzip für die Unordnung. Und so entstanden am ersten Tag der Schöpfung die Variation und die Selektion. Jetzt braucht nur noch die selektierten Ordnungen stabilisiert zu werden, um die Evolution in Gang zu setzen. Das Konzept der Evolution ist mitsamt der Idee des Kampfes ums Dasein und des Überlebens der Tüchtigsten in die Gesellschaft übertragen worden, mit der Empfehlung, die Gesellschaft wieder der Natur anzupassen. Man nannte das Sozial-Darwinismus und seine wahnsinnigsten Vertreter waren die Nazis. Sie ignorierten die Tatsache, dass die Evolution mit den Menschen ihre Geschäftsgrundlage geändert hatte, weil sie eine Art hervorgebracht hatte, die sich in der Kultur eine eigene symbolische und technische Umwelt schuf und dass die Konkurrenz zwischen verschiedenen Arten nicht auf die Beziehungen innerhalb derselben Art übertragen werden darf. Genau das aber hatten die Nazis getan, indem sie das Konzept der Rassen erfanden, die sie wie Pseudo-Arten behandelten. Dieser rassistische Missbrauch der Evolutionstheorie hat das Konzept der Evolution erheblich in Misskredit gebracht. Zwar ist Darwins Theorie in der Biologie heute unbestritten, natürlich wurden noch Nachbesserungen angebracht, aber bei jeder Übertragung in andere Felder ruft man Vorsicht, Biologismus, Achtung, Rassismus voraus. Und natürlich ist dieser Alarmismus ein besonderes Merkmal der Deutschen. Aber er ist Unsinn und blockiert das Denken. Einstein und die Relativitätstheorie Die wenigsten haben die Relativitätstheorie vollständig begriffen. Aber der Name der Theorie enthält schon die entscheidende Pointe. Alles ist irgendwie relativ. Das genügt, um das Zeitklima einzufärben. Man weiß dann immerhin so viel, dass die Relativitätstheorie alle alten Sicherheiten über den Haufen geworfen und ein neues Weltbild begründet hat. Und eben das hat ihren Erfinder Albert Einstein zur wissenschaftlichen Vaterfigur und zu einer Art Stellvertreter des lieben Gottes gemacht. Dazu hat sich herbeigetragen, dass Einsteins Wissenschaftlerhaupt mit den wirren weißen Haaren und dem gütigen durchgeistigten Antlitz wie eine Ikone göttlicher Allwissenheit wirkt. Aber worum geht es genau? In der speziellen Relativitätstheorie von 1905 und der allgemeinen Relativitätstheorie 1914 bis 15 revolutioniert Albert Einstein unser Verständnis der Zeit, so wie die kopernikanische Wende durch eine Revolutionierung unserer Vorstellung vom Raum gekennzeichnet ist, weist Einstein der Zeit einen neuen Platz in unserem Weltbild an, indem er sie wieder enger mit dem Raum verbindet und sie zur vierten Dimension erklärt. Die ersten drei sind Linie, Fläche und Körper. Der Schlüssel zum Verständnis dieser Revolution liegt in der Position des Beobachters. Bis zu Einstein hatte man den Beobachter gerade aus der Wissenschaft ausgeschlossen, um zu verhindern, dass die Daten der Naturwissenschaft durch subjektive Beimischungen und Standpunkte verfälscht wurden. Einstein holt den Beobachter nun zurück und beobachtet, wie der Beobachter beobachtet. Er ist gewissermaßen der Kant der Wissenschaft. Als entscheidende Bedingung der Beobachtung macht er dabei die Lichtgeschwindigkeit aus. Sie kann nicht übertroffen werden, denn sonst würden Ursachen schneller wirken, als sie beobachtet werden könnten. Mit anderen Worten, die Beobachtung aller Gegenstände braucht Zeit. Und je weiter sie weg sind, desto mehr. Einen Stern, der ein Lichtjahr entfernt ist, das ist die Strecke, die das Licht bei einer Geschwindigkeit von 300.000 Kilometern pro Sekunde in einem Jahr zurücklegt, sehe ich so, wie er vor einem Jahr war. Das heißt, ich kann ihn, so wie er jetzt ist, gar nicht sehen. Oder anders ausgedrückt, wenn ich ihn sehe, blicke ich immer in die Vergangenheit. Das ruiniert die Vorstellung der Gleichzeitigkeit. Sie ist außerordentlich selten. Stellen wir uns vor, ich säße auf einem Stern, der genau auf halber Strecke zwischen zwei Zwillingssternen schwebt, auf denen jeweils eine Atombombe drauf wartet, durch ein Signal aus meiner Lichtkanone gezündet zu werden. Wenn ich auf den Knopf drücke, sehe ich in zehn Minuten auf beiden Sternen eine Explosion. Dann erlebe ich ihre Gleichzeitigkeit. Aber eben nur in dieser Position. Würde ich meine Lichtkanone durch eine Zeitschaltuhr auf zwei Stunden Laufzeit einstellen und mit einem Raumschiff meinen Stern in Richtung eines der würde ich nach über zwei Stunden Fahrt die eine Explosion eher sehen als die andere, obwohl sie doch zur gleichen Zeit stattfinden. Der Ausdruck gleichzeitig ist also relativ zum Standpunkt des Beobachters. Ohne diese Bezugnahme hat er keinen Sinn. Um die verblüffenden Konsequenzen zu illustrieren, die sich daraus ergeben, hat der Physiker George Gamow in Anlehnung an Lewis Carols Buch Alice im Wunderland eine Geschichte geschrieben mit dem Titel Mr. Tompkins in Wonderland. Im Zusammenhang mit einem verwirrenden Kriminalfall, bei dem es um die Feststellung eines Alibis geht, wird Mr. Tompkins von einem Wissenschaftler mit folgendem Szenario konfrontiert. Am Sonntag trete ein Ereignis ein, von dem Mr. Tompkins wisse, dass es auch einem entfernt lebenden Freund zustoßen werde. Wenn die schnellste Verbindung zwischen beiden der Postzug wäre, könnte er den Freund nicht vor dem nächsten Mittwoch von diesem Ereignis wissen lassen. Wüsste aber umgekehrt der Freund von diesem Ereignis im Voraus, wäre der letzte Tag, an dem er Mr. Tompkins darüber verständigen könnte, der vorhergehende Donnerstag gewesen. Für sechs Tage seien die beiden damit voneinander in Bezug auf die Kausalität getrennt. Aber wendet Mr. Tompkins ein, selbst wenn die Geschwindigkeit des Postzuges die größte überhaupt erreichbare Geschwindigkeit wäre, was hat das mit Sonntagsbraten doch gleichzeitig essen, nicht wahr? Darauf erhält er zur Antwort, nein, eine solche Behauptung würde dann keinen Sinn mehr machen. Ein Beobachter würde ihnen recht geben, aber andere, die ihre Beobachtung von verschiedenen Zügen aus machen, würden behaupten, dass sie ihren Sonntagsbraten verspeisen, während ihr Freund gerade das Freitagsfrühstück einnimmt oder sein Dienstagsabend essen. Aber niemals könnte jemand sie und ihren Freund gleichzeitig beobachten, während sie Mahlzeiten einnehmen, die mehr als drei Tage auseinander liegen. Denn, so wird ihm erklärt, die obere Geschwindigkeitsgrenze muss auch von verschiedenen bewegten Systemen aus betrachtet die gleiche bleiben. Nach dem Besuch eines Vortrags über Relativitätstheorie ist Mr. Tompkins im Traum in ein Land versetzt worden, in dem die Lichtgeschwindigkeit auf 20 Kilometer pro Stunde herabgesetzt ist. Daraufhin erscheint ihm ein Radfahrer, der auf ihn zufährt, als flach. Als er ihn seinerseits mit einem Fahrrad einzuholen versucht, verändert sich sein eigenes Aussehen aber nicht. Und auch der Radfahrer sieht ganz normal aus, als er ihn schließlich eingeholt hat. Stattdessen verkürzen sich die Straßen, und als er am Bahnhof ankommt, geht seine Uhr nach, weil er zu schnell gefahren ist. Am Bahnhof sieht er dann zu seinem Erstaunen, wie ein junger Mann von einer alten Dame als Großvater begrüßt wird und seine Jugendlichkeit damit begründet, dass er sehr viel mit dem Zug fahren müsse und deswegen sehr viel langsamer Altere als die zu Hause gebliebenen. Das zeigt uns, wie die Welt für uns aussehen würde, wenn wir beim Fahrradfahren durch die Galaxien nicht vom Westwind wie auf der Erde, sondern von Lichtstrahlen vorwärts geschoben würden. Die Trennung von Raum und Zeit machte dann keinen Sinn mehr. Einsteins Theorien sind seitdem empirisch bestätigt worden. Er hatte Voraussagen gemacht, die inzwischen eingetroffen sind. Im Universum Newtons mit seinem absoluten Raum und seiner absoluten Zeit waren die beiden Dimensionen getrennt. Beide waren völlig verschiedene Formen des Abstands. Der Raum war Distanz unter der Voraussetzung der Gleichzeitigkeit. Die Zeit war Distanz unter der Voraussetzung der Sukzession, der Abfolge. Deshalb sagte der Philosoph John Locke, ein Zeitgenosse Newtons, solch eine Kombination zweier verschiedener Ideen wird, so vermute ich, in der großen Vielfalt des Denkbaren kaum noch einmal gefunden werden. Diese Wesensverschiedenheit wird bei Einstein wieder eingeschmolzen. Raum und Zeit sind ineinander umrechenbar. Eine absolute Zeit wie bei Newton gibt es nicht mehr. Sie ist vielmehr eine Funktion der wechselseitigen Erreichbarkeit. Einsteins Relativitätstheorie erhielt auch deshalb so viel Resonanz, weil während der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert auch in anderen Bereichen die Zeit zum Thema wurde. Der französische Philosoph Henri Bergson, ein Begründer der Lebensphilosophie, entdeckte die innere Zeit des subjektiven Erlebens als stetigen Fluss, den er Dauer oder Düré nannte und von der mechanischen äußeren Zeit unterschied. Denselben Gedanken griffen die Romanschreiber auf und gestalteten das Fließen der ungeordneten Assoziationen, jene endlose Folge von Eindrücken, Körpergefühlen, Gedankenfetzen, Bildern, Worten und amorphen Impressionen als Stream of Consciousness. Joyce's Ulysses und die Romane von Virginia Woolf enthalten die klassischen Beispiele. Nietzsche hatte mit den Vorstellungen der ewigen Wiederkehr und der dionysischen Ekstase den Ausstieg aus der Zeit der Geschichte entworfen. Für Literaten wie Joyce und Proust wurde die Kategorie der Plötzlichkeit interessant, in der sich das Wesen der Dinge jenseits der Zeit als Epiphanie oder plötzliche Erinnerung enthüllt. Die Existenzialisten wie Heidegger setzten der geschichtlichen Zeit der Gesellschaft die existenziell begründete Zeitlichkeit des persönlichen Lebenszusammenhangs entgegen, die durch Geworfenheit, Tod und Endlichkeit gekennzeichnet sei und erklärten alle anderen Zeitkonzepte zu sekundären Ableitungen Ableitungen kurzum die Zeit hörte auf eine feste unabhängige objektive Größe zu sein und wurde relativ Freud und die Psyche Marx Darwin Einstein sie alle haben unser Bild von der Welt so verändert dass die Eitelkart des Menschen dabei jeweils einen weiteren Fußtritt erhielt Marx hat uns erzählt dass unsere Kultur und unser ganzes Bewusstsein von ökonomischen Bedingungen bestimmt werden auch das ist eine Relativitätstheorie Bewusstsein ist relativ zu sozialen Positionen Darwin hat uns erzählt dass wir nicht wie wir glaubten das Ebenbild Gottes sind sondern die Vettern ersten Grades der Schimpansen und dass der Prozess der Evolution keinen Planer und kein Ziel benötigt und trotzdem nicht ungeordnet verläuft und schließlich hat Einstein uns auch das noch genommen was das einzig verlässliche Fundament zu sein schien die Objektivität der physikalisch messbaren äußeren Welt das alles hat die Selbstachtung des Menschen gegen Null sinken lassen und zum Ausgleich seine Verwirrung auf ein Höchstmaß gesteigert aber es sollte noch schlimmer kommen und dafür sorgte Sigmund Freud Wohl kein Wissenschaftler hat die Art und Weise in der sich die Einzelnen in unserer Kultur selbst begreifen so tiefgreifend verändert wie Freud Seine Wirkung ist so allgegenwärtig und sein Denken hat so sehr unsere ganze Kultur durchdrungen dass es schwer ist sich vorzustellen wie der Mensch vor Freud seine Psyche verstand Ursprünglich etwa zur Zeit Shakespeare's und Montaigne's und Calvins also im 16. und 17. Jahrhundert gab es nur eine menschliche Seele die unsterblich rational und unveränderlich war das was wir heute zur Psyche zählen würden die Leidenschaften und Gefühle und Antriebe und Impulse wurde zum Körper gerechnet was wir Charakter nennen war abhängig von den Körpersäften schwarze Galle gelbe Galle Schleim und Blut und je nachdem welcher Saft auf lateinisch Humor überwog war man Melancholiker also ein Trauerkloß oder Choleriker ein Wüterich oder Phlegmatiker ein Faulpelz oder Sanguiniker ein Luftikus waren die Körpersäfte in Unordnung war das ein Fall der Medizin Im 18. Jahrhundert wurde dann zwischen unsterblicher Seele und sterblichem Körper eine Pufferzone eingebaut die man als Bereich des Mentalen bezeichnen könnte vor allem wurde da etwas angesiedelt das man vorher als bedrohliche Irrationalität angesehen hatte die Leidenschaften allerdings konnte man die Leidenschaften erst in die gute Stube hineinlassen nachdem sie aufgrund eines Veredelungsprozesses alle Rücksichtslosigkeit abgelegt und eine sozialfreundliche Natur angenommen hatten dann wurden sie auch nicht mehr Leidenschaften genannt sondern Gefühl Empfindsamkeit Sentiment Sensibilität Sympathie da Gefühl weitgehend als Mitgefühl verstanden wurde erhielt es eine moralische Qualität Diese edle Seite besichtigte jeder Mensch bei sich gern und so tat sich mit der Erfindung des Gefühls im Menschen eine Art mentaler Innenraum auf indem er seine Stimmungen Gefühle Seelenzustände und inneren Bewegungen sowie seine Erschütterungen Auffallungen und Spontanreaktionen lokalisierte Im 19. Jahrhundert wurde die unsterbliche Seele in ihrer Rationalität ganz unmerklich von zwei Instanzen beerbt dem Intellekt dem jetzt häufig die unangenehme Eigenschaft der Kälte nachgesagt wurde und dem Charakter der gegenüber dem weichen Gefühl die moralisch positive Qualität hatte fest zu sein und sich nach Grundsätzen Pflichten und Prinzipien zu richten Diese psychischen Instanzen wurden durch die Stereotypen der Geschlechterrollen eingefärbt Die Frauen wurden zu Spezialistinnen des Gefühls und ihre eigentliche Domäne war der atmosphärisch durchsonnte Wohnsitz des Seelischen Den Männern dagegen blieb der eher unangenehme aber notwendige Doppelpakt des kalten Intellekts und des moralisch gefestigten Charakters Das entsprach der Arbeitsteilung der Geschlechter Während der Mann in Beruf und Öffentlichkeit mit kaltem Intellekt die wirtschaftlichen Interessen der Familie wahrnahm und ihre gesellschaftliche Respektabilität durch seine Charakterfestigkeit repräsentierte brachte die Frau im Innenraum der Familie diese Härten wieder durch das Lösungsmittel des Seelischen in einem Schaumbad der Gefühle zum Schmelzen War das Gefühl spontan und in seinen Regungen nicht immer der Kontrolle zugänglich wurde diese Unwillkürlichkeit als Zeichen der Echtheit und damit als Gütesiegel gewertet Zeigten sich aber doch unklare Impulse die zu Misstrauen Anlass gaben wurden sie als Symptom eines schlechten Charakters interpretiert und der Person als Schuld zugerechnet Man unterstellte also dass die Person Herr im eigenen Haus sei und ihre Gefühle und ihre Psyche bei entsprechender Selbstzucht unter Kontrolle habe Laster Schwächen Obsessionen Süchte wie Alkoholismus Zwänge etc. wurden moralisch geächtet Jedem wurde die Freiheit unterstellt bei entsprechender Willensanstrengung auch wollen zu können was er sollte und wenn er nicht konnte wurde gedacht dass er nicht wollte Genau das hat Freud umgedreht Wenn heute jemand nicht will denkt man sofort er kann nicht Freud hat die Moral abgeschafft und die Psychologie an ihre Stelle gesetzt Das hat er dadurch geschafft dass er das Haus der Psyche um ein weiteres Apartment erweiterte das Unbewusste Seitdem ist der Mensch nicht mehr Herr im eigenen Hause Er hat vielmehr einen Mitbewohner den er zwar nie sieht der ihn aber steuert und lenkt ohne dass er es bemerkt Freud nennt ihn wegen dieser Unsichtbarkeit auch das Es Damit ist die alte religiöse Vorstellung der Besessenheit wieder zurückgekehrt und mit ihr auch die Praxis des Exorzismus der Teufelsaustreibung Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied Im Exorzismus dachte man sich den Teufel als eine fremde Besatzungsmacht die von draußen kam und wieder dahin vertrieben werden mußte Bei Freud dagegen hat die Person selbst das was sie nicht ertragen kann oder was unerlaubt ist von sich abgespalten Freud nennt das Verdrängung und unkenntlich gemacht so dass sie es gar nicht mehr wahrnimmt Doch das Es tritt nun inkognito auf es maskiert sich und in dieser Maskierung narrt es die Person und lässt sie Dinge tun die sie nicht will so macht es sich in Unwillkürlichkeiten bemerkbar wenn die Person mal die Kontrolle lockert etwa in Witzen oder Versprechern man spricht geradezu von Freud'schen Versprechern oder in sonstigen Fehlleistungen wenn man etwa immer wieder einen Namen vergisst es Es gibt Es gibt sogar Zeiten in denen eine totale Wachablösung stattfindet und das Es das Kommando übernimmt wenn das Bewusstsein sich schlafen legt Dann feiert das Unbewusste Karneval im Traum Die Träume das sind die Botschaften des Unbewussten an das Bewusstsein aber sie sind in einer unverständlichen Symbolsprache verschlüsselt bei der das Unbewusste dazu verdammt ist inkognito zu bleiben Wer hat es dazu verdammt Nun das Bewusstsein Freud nennt es auch das Ich Das Ich ist die Instanz der Rationalität und des Realismus Was aber nicht dazu passt spaltet es ab und verdrängt es indem es verschlüsselt Zu diesem Zweck hat ihm Freud noch einen weiteren Gehilfen beigegeben das Über Ich Es enthält das Ich Ideal also das Ich wie es gerne sein möchte Ich Ideale werden von außen durch Übernahme gesellschaftlicher Normen verinnerlicht Freud nennt das Internalisierung Es wird also auch das Fremde nach innen geholt Gleichzeitig wird ihm mit dem Unbewussten aber etwas Eigenes abgespalten und zu etwas Fremdem gemacht Was ist es das da abgespalten wird Die Triebe Wünsche und Lüste die die Gesellschaft nicht erlaubt Da man sie am Erwachsenen ja nicht mehr wahrnehmen kann schaut Freud bei den kleinen Kindern nach was die so treiben um von da aus auf die verschlüsselten Wünsche des Unbewussten hochzurechnen Also Kinder spielen lustvoll mit ihren Exkrementen Fantasieren sich die Welt nach ihren Wünschen zurecht Schreien Wut entbrannt wenn ihnen etwas fehlt Schlagen auf alles ein das sie stört Stellen sich gerne vor sie seien die größten Tyrannisieren alles und jeden wenn sie es können lehnen alle Verantwortung ab und würden am liebsten wenn sie Knaben sind ihren Vater erschlagen und mit ihrer Mutter schlafen Zumal dieser letzte Wunsch hat es Freud angetan Da im griechischen Mythos König Oedipus von Theben dieses Experiment tatsächlich durchführt nennt Freud die daraus entstehende seelische Schuldverknotung den Oedipus Komplex Oedipus durchbricht ein gesellschaftliches Zentral Tabu das Inzest Verbot auf dem die Ordnung der Familie beruht Würden die Söhne ihre Mütter heiraten wie Oedipus dann ließen sich die Generationen nicht mehr auseinander halten man wüsste nicht wer Väter Söhne und Ehemänner sind Die Grundkategorien der Familie würden einstürzen und jegliche Hierarchie als Voraussetzung der Autorität würde unmöglich gemacht Weil dieses Tabu also das Grundmolekül der Gesellschaft Psychologie zu einer ganzen Gesellschaftstheorie erweitern in der er uns erklärt wie aus dem Inzest Tabu und dem Familien Vatermord die Gesellschaft der Staat und die Religion entstehen Wenn das Unbewusste die eigenen frühkindlichen Wünsche enthält die dann verschlüsselt wurden könnte man es ja eigentlich damit bewenden lassen und tatsächlich wäre auch nach Freud nichts dagegen einzuwenden wenn sie nur schön unter Verschluss blieben aber das tun sie eben nicht immer eigentlich überhaupt nicht sie brechen aus sie treiben sich herum mischen sich maskiert unter die Gäste äffen den Hausherrn nach imitieren seine Stimme und kompromittieren ihn gesellschaftlich bis zu einem Grade dass er wirklich leidet dann spricht Freud von einer Neurose dann tut man Dinge die man nicht tun will dann erkennt man sich nicht wieder dann ist es Zeit einen Psychoanalytiker aufzusuchen der Psychoanalytiker weiß nun was zu tun ist das Unbewusste spricht eine verschlüsselte Sprache also muss diese Sprache entschlüsselt werden und die Verschlüsselung ist die Technik mit der das Ich einen Teil seiner selbst von sich abgespalten und als fremd ausgegeben hat also besteht die Therapie darin dass ich dazu zu bringen anzuerkennen dass das was ihm als fremd und befremdlich entgegentritt diese Ängste und Zwänge diese Horror und diese Phobien diese Abneigungen dass sie ein Teil seiner selbst sind da die Therapie in der Entschlüsselung von geheimnisvollen und rätselhaften Symbolen besteht hat die Psychoanalyse einen großen Einfluss auf die Literaturwissenschaft ausgeübt und eigentlich gibt es kaum eine Disziplin in der es um Sprache und Symbole geht die nicht von der Theorie freudstief Am radikalsten aber hat die Psychoanalyse die Form verändert in der die Individuen über sich selbst reflektieren und sich zum Thema werden Dieses Terrain hat Freud zunächst völlig leer geräumt und dann mit seinen Kategorien besetzt sie haben sich verflüssigt und sind durch Sickerungseffekte bis in die Folklore und das allgemeine Alltagsbewusstsein vorgedrungen so dass sich Millionen Menschen in den Kategorien Freuds verstehen die nie eine Zeile von Freud gelesen haben in mancher Hinsicht kommt dies einer ebenso tiefgreifenden Kulturrevolution gleich wie sie die Entdeckung des Gefühls im 18. Jahrhundert bedeutet hat dabei hat Freud nicht nur das Selbstgefühl sondern auch den Verständigungsstil in diesem Jahrhundert stark verändert jeder muss jetzt mit dem Unbewussten des Anderen rechnen das verhext die Beobachtung alles kann jetzt bewusst oder unbewusst sein und es verhext auch die Selbstbeobachtung denn für einen Selbst gilt dasselbe nun gibt es grundsätzlich zwei Arten jemand zu diskreditieren die eine ist die moralische Art die urteilt er ist ein Schurke aber das setzt Freiheit voraus das heißt moralisch kann ich nur jemanden anklagen wenn er auch anders gekonnt hätte die andere form der diskreditierung ist kognitiv die sagt der versteht es nicht besser er kann nicht anders er ist neurotisch zwanghaft wahrscheinlich sogar wahnsinnig auf jeden Fall aber schwer gestört die Aufspaltung in Bewusstsein und Unbewusstsein lässt mir in der Kommunikation mit dem Anderen just diese Wahl vergesse ich für seine Handlung verantwortlich beziehe ich mich dagegen auf sein Unbewusstes entschuldige ich ihn moralisch erkläre ihn für unverantwortlich er ist ja neurotisch der arme Teufel und halte ihn für Meschucke auf diese Weise kann ich mich auch selbst entlasten aber jede moralische Entlastung wird ausgeglichen durch eine Belastung des kognitiven Selbstwertgefühls kurzum man hat die Wahl ob man lieber ein Schurke oder ein Wahnsinniger sein möchte oder in der milderen Form ein Egoist oder Neurotiker der Erfolg von Freud's Theorie hat aber sicher eher mit der Hoffnung zu tun die sie als Geschenk im Gepäck hat die Möglichkeit das eigene Unbewusste zu enträtseln eröffnet für jeden die Aussicht auf persönliches Glück und da einem das eigene Unbewusste so nah erscheint scheint auch das Reich der Freiheit nahe andererseits ist das Unbewusste ja schon per Definitionen so wie es definiert ist eine Blackbox in die ich nicht hineinsehen kann deshalb hindert mich nichts daran in ihr die Quelle aller meiner Probleme zu vermuten die Entschlüsselungsarbeit führt dabei immer zurück in die eigene Biografie das macht uns alle zu Familienhistorikern dort entdeckt man den wahren Schuldigen die eigenen Eltern sie haben alles falsch gemacht ihnen habe ich meine Probleme zu verdanken denn sie haben mein Leben als Kleinkind beherrscht das wiederum hat das Gespräch zwischen den Generationen in einen juristischen Prozess verwandelt Ankläger ist die junge Generation Angeklagte sind die Eltern das wiederum hat die Elternrolle so äußerst unattraktiv gemacht weil sie weitgehend mit Schuldgefühlen verbunden wird man kann schon die Anklagen von später voraussehen durch Freud sind Ausdrücke wie Komplex Verdrängung Unbewusstes Projektion das meint eigene Zustände werden anderen zugeschrieben oder Internalisierung damit ist die innere Aneignung gemeint in den allgemeinen Sprachgebrauch der durchschnittlichen Zeitungsleser übergegangen und geläufig geworden das betrifft auch einen abgeleiteten Begriff wie Identität der nicht von Freud sondern von seinem Schüler Erik Eriksson ausgearbeitet wurde Nach Eriksson baut sich die Identität eines Menschen durch das erfolgreiche Bestehen einer Serie von Krisen auf deren letzte die Identität selbst in Frage stellt das ist die Phase der Adoleszenz des Übergangsalters zwischen Jugendlichem und Erwachsenem die Gesellschaft gestattet dem jungen Erwachsenen deshalb was Eriksson ein psychosoziales Moratorium nennt also eine Phase in der man mit verschiedenen Lebensformen und Beziehungstypen herum experimentiert für viele ist diese Phase das Studium zum Beispiel oder die erste Beziehung die reichste und poetischste Episode in ihrem Leben an die sie sich später mit Nostalgie erinnern am Ende hat man dann wenn es gut geht seine Identität gefunden das heißt man hat seine Psyche mit den Anforderungen der Gesellschaft in Übereinstimmung gebracht diese Anforderungen werden ausgedrückt durch das Ensemble von Rollen die jemand spielt als Vater als Ehemann als Sparkassendirektor als Vorsitzender des Fußballvereins als Laienrichter als Parteimitglied etc. Rolle ist also der Komplementärbegriff zu dem der Identität eine stabile Identität hat derjenige der all die verschiedenen Rollenanforderungen integriert und mit seiner Fähigkeit zu arbeiten und zu lieben verbindet dabei ist die Identität der Stil in dem er all diese Rollen spielt er bleibt sich beim Wechsel der Rollen gleich der Rollenwechsel setzt eine gewisse Distanz zu den Rollen voraus als Vater benimmt man sich nicht wie ein Vereinsvorsitzender und als Direktor nicht wie ein Vater die Faustregel heißt Identität ist das was gleich bleibt beim Wechsel der Rollen und Rolle ist das was gleich bleibt beim Wechsel der Spieler mit der Identität beschäftigt sich die Psychologie mit der Rolle die Soziologie womit wir Gott sei Dank die Grenze zwischen beiden erreicht haben Gesellschaft wissenschaftlich ist die Gesellschaft erst recht spät entdeckt worden und so sind in die Klassiker der Soziologie Gelehrte die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und um die Jahrhundertwende lebten neben Marx gehören in England Herbert Spencer und die Begründer der Fabian Society Sydney und Beatrice Webb dazu die auch die London School of Economics gegründet haben in Frankreich Auguste Comte und Emile Dürkheim und in Deutschland Max Weber und Georg Simmel wie die Psychoanalyse wurde die Soziologie aber erst mit der Studentenbewegung eine Wissenschaft die auch das Alltagsbewusstsein prägte Alles schien jetzt gesellschaftlich bedingt Andere Wissenschaften wie die Geschichte oder die Literaturwissenschaft wurden soziologisiert Das heißt man betrieb Sozialgeschichte und führte die Literatur auf gesellschaftliche Trends zurück Dabei blieb die Soziologie stark mit der Politik verbunden und inspirierte vor allem die sozialen Bewegungen anti-autoritäre Bewegung Neomarxismus sexuelle Revolution außerparlamentarische Opposition Anti-Atomkraftbewegung Friedensbewegung Frauenbewegung etc. Das liegt an einer verwandten Optik Normalerweise erlebt man die Gesellschaft als unbefragte Voraussetzung des Alltags Wenn man sie aber als Ganze in den Blick nimmt wie in der Soziologie geht man auf Distanz und kann sich vorstellen dass sie auch ganz anders sein könnte Dann ist man schon in der Nähe der alternativen Bewegung denn diese will eine andere eine alternative Gesellschaft Das ist nun ein frommer Wunsch Die Gesellschaft ist zu komplex als dass man sie beliebig ändern könnte Dass man sich das einbildet liegt daran dass man sich an den Revolutionen beim Übergang von der traditionellen zur modernen Gesellschaft orientiert und glaubt man könne die moderne Gesellschaft behandeln wie die traditionelle Leider ist aber die moderne ganz anders als die traditionelle Gesellschaft So wirft man alles durcheinander verwechselt beide Gesellschaftstypen interpretiert die moderne Gesellschaft in den Begriffen der Alten und versteht sich selbst nicht Deshalb hängt alles davon ab dass man sich den Unterschied zwischen einer traditionellen und der modernen Gesellschaft klar macht Die traditionelle Adelsgesellschaft Europas war eine Schichtengesellschaft Die Schichten waren keine Klassen sondern Stände die verschiedene Lebensformen darstellten Die oberste Schicht bestand aus dem Adel und dem hohen Klerus In der Mitte kamen die städtischen Bürger, Handwerker Kaufleute, Gelehrte und andere Berufstätige Und ganz unten waren die Bauern Knechte und Dienstleute Das Prinzip gesellschaftlicher Organisation war die Einteilung von Menschen in Gruppen also in Familien Haushalte Clans und Stände Man gehörte nur einem Stand an und das mit der ganzen Person Man war also in allen Aspekten psychisch, juristisch ökonomisch, sozial etc. entweder Herzog oder Bäuerin oder Schreinermeister Persönliche Identität war dasselbe wie soziale Identität Es gab noch keinen Unterschied zwischen Ich und Rolle Deshalb bestand kein Bedarf an Originalität Es genügte die Typisierung Heute ist alles anders Die Stände haben sich aufgelöst aber damit nicht genug An ihre Stelle ist ein ganz neues Prinzip gesellschaftlicher Differenzierung getreten Es knüpft gar nicht mehr an die Einteilung der Menschen in Gruppen an Es geht nicht mehr um Familien Clans, Stämme und Schichten Vielmehr gewinnt die Gesellschaft das Prinzip ihrer Einteilung an sich selbst Woraus besteht die Gesellschaft? Aus Kommunikation und nicht etwa aus Gedanken oder Gefühlen oder aus dem Stoffwechsel der Organismen Was sind Kommunikationen? Flüchtige und vorübergehende Ereignisse Woraus besteht also die Struktur der Gesellschaft? Aus solchen Einrichtungen die Flüchtige und vorübergehende Ereignisse wie Kommunikationen verknüpfen können In der modernen Gesellschaft werden nicht mehr Gruppen von Menschen differenziert sondern Typen von Kommunikationen Die verschiedenen Typen von Kommunikationen kristallisieren sich an den Druckstellen der gesellschaftlichen Funktionen heraus Solche Funktionen sind etwa Konfliktregelung Konfliktregelung durch das Recht Sicherung kollektiver Entscheidungen durch Politik stellvertretendes Lernen durch Erziehung Ernährung und materielle Sicherung durch Wirtschaft Naturbeherrschung durch Technik und Realitätswahrnehmung durch Wissenschaft Diese Kommunikationstypen werden voneinander differenziert indem sie wie Laserstrahlen die Möglichkeiten Kommunikationen abzulehnen auf einen einzigen Gegensatz beschränken In der Wissenschaft darf eine Mitteilung also nur dann abgelehnt werden wenn sie unwahr ist und nicht wenn sie unschön unmoralisch unpädagogisch politisch unkorrekt oder unwirtschaftlich ist Ansonsten muss sie angenommen werden selbst wenn sie mit all diesen unsympathischen Merkmalen belastet ist Auf diese Weise können die Unwahrscheinlichkeit und die Leistungsfähigkeit der Kommunikation enorm erhöht werden Zusammen mit den zugehörigen Institutionen wie Gerichten Regierungen und Parteien Schulen und Universitäten Fabriken Börsen und Märkten etc. bilden diese Kommunikationstypen die gesellschaftlichen Teilsysteme sie sind nicht mehr hierarchisch geordnet jedes ist gleich wichtig für das Ganze und alle funktionieren nach dem Prinzip der Arbeitsteilung historisch gesehen sind diese Teilsysteme hintereinander entstanden und waren deshalb zum Teil mit den Schichten der traditionellen Gesellschaft verknüpft zuerst entstand die Religion mit der Schicht der Priester wobei die Abspaltung mit der Differenz von Jenseits und Diesseits begründet wurde die Priester hatten eine Sonderstellung weil sie zwischen beiden vermittelten Danach spaltete sich mit dem Adel und den Regenten die Politik ab und stand der Gesellschaft als Staat gegenüber in dieser Opposition wurde überhaupt der Gesellschaftsbegriff als Gegenwelt zum Staat entwickelt mit diesen beiden Spezialbereichen war die Ständegesellschaft noch vereinbar aber schon die Expansion der Geldwirtschaft die allgemeine Schulbildung und der wissenschaftliche Fortschritt sprengten die alte Ständegesellschaft und erzwangen den Übergang zur Moderne Das veränderte die Beziehung des Einzelnen zur Gesellschaft in grundlegender Weise War früher personelle Identität gleichbedeutend mit sozialer Identität ist das mit der Umstellung auf die gleichberechtigten Teilsysteme unmöglich geworden Diesen Teilsystemen gehört der Mensch nicht mehr ganz sondern nur aspektweise und vorübergehend an Mal spielt man den Studenten mal den Börsenspekulanten mal den Wahlhelfer aber immer nur vorübergehend und aspekthaft als ganzer Mensch kommt man nirgends mehr in der Gesellschaft vor sondern wird als Individuum ausgeschlossen eben deshalb braucht man eine Identität zwischen der traditionellen und der modernen Gesellschaft liegt der Sündenfall Danach wurde der Mensch als Ganzer aus der Gesellschaft vertrieben Nun wird er fallweise wieder hereingelassen sozusagen als Besucher in jeweils wechselnden Funktionen Als Ganzer aber treibt er sich in der Wildnis draußen herum das heißt in seiner Psyche und überlegt sich welche Kleider er aus der gesellschaftlichen Garderobe auswählen soll um daraus sein Identitätskostüm zusammenzustellen So wie jeder eine eigene Identität hat hat auch jeder seine ganz persönliche Garderobe Zwar gibt es da Trends, Stile und die Empfehlungen der Journale für Identitätsmode Es gibt Designer Identitätsmodels und Couturiers Jede Saison stellen die großen Modehäuser ihre neue Identitätskollektion vor und natürlich üben diese Angebote einen gewissen Druck aus Aber sie können nur deshalb existieren weil die meisten mit ihrer Wahlfreiheit überfordert sind Denn an sich ist jeder frei seine Identitätsausstattung so zu gestalten wie er es für richtig hält Nach der Vertreibung aus dem Paradies der Gesellschaft darf der Mensch sogar unmoralisch sein und sündigen ohne die Gesellschaft gleich zu gefährden Identität und Gesellschaft haben sich getrennt Die Identitäten sind freigegeben worden so dass heute jeder ein Original sein kann ohne dass es irgendwelche Konsequenzen hätte Umgekehrt kann die Gesellschaft nicht vom Menschen aus verstanden werden Sie ist ein eigenständiges das nach eigenen gesellschaftlichen und nicht nach personalen Gesetzen funktioniert Diese Schwierigkeit bildet das größte Hindernis beim Verständnis der modernen Gesellschaft Das intuitive Alltagsverständnis führt hier in die Irre Das legt nämlich nahe Die Gesellschaft sei ein Haufen Menschen Nichts ist abwegiger Das wäre so als würde man sagen ein Haufen Steine und Balken sei ein Haus oder ein Fass voll Wasser und etwas Fett und organische Masse sondern eine Kuh Aber die Gesellschaft unterscheidet sich von einzelnen Menschen wie ein Haus von einem Backstein Aus demselben Grund kann man auch nicht vom einzelnen Menschen auf die Struktur der Gesellschaft schließen Das wäre so als ob man glaubte ein Text sei so gebaut wie ein Wort Die Gesellschaft unterliegt anderen Gesetzen als ein einzelner Mensch Das hat unangenehme Konsequenzen Zum Beispiel reicht es nicht mehr einfach gesellschaftlich das Beste zu wollen und es dann auf direktem Wege zu verwirklichen Im Privaten hat man da noch Chancen weil dieses Terrain vergleichsweise übersichtlich ist Aber gesellschaftliche Gesamtpläne haben bis jetzt immer die besten Absichten mit den katastrophalsten Ergebnissen verbunden und das lag immer daran dass man ein naives Bild der Gesellschaft hatte Meistens stellte man sich dabei die Moderne wie eine traditionelle Gesellschaft vor und das war jedes Mal tödlich